Und bis wir da sind, kämpfen wir dafür. Ein Salafisten-Quiz mit Irfan. Da sehe ich, dass sein Mikrofon ausschlägt. Wobei ich nicht weiß, ob das Absicht war. Hallo, hallo, Irfan. Nee, nee, ich bin jetzt da. Hallo, Irfan. Ja, ja. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Man hört dich sehr gut. Hi. Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich jetzt nach so langer Zeit, dass wir das endlich mal fortführen. Ja, ich mich ebenfalls. Für doch mal Zeit, ja. Ist auch sehr schön, dich hier zu haben. Wir haben uns ja schon mal persönlich getroffen. Bist ein angenehmer Zeitgenosse. Also, man muss dazu sagen, das sind die allermeisten, wenn nicht alle, aus unserer Bubble. Aber du bist schon ein sehr angenehmer Zeitgenosse, lieber Irfan. Schön, dass du da bist. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Oh, danke. Jetzt hör doch auf. Das musst du jetzt sagen. Du, Irfan, ich musste die letzten Tage so ein bisschen nachdenken. Der Feroz hat mal ein Video gemacht. Da hat er reagiert auf diesen üblichen Tweet, den nicht-ethnisch-Deutsche zu hören bekommen, wenn sie sich für die AfD stark machen, hast du möglicherweise auch schon mal zu hören bekommen. Ja, aber dann schieben die dich ja auch ab. Und Feroz sagte dann in seinem Video, was, ich muss jetzt grob schätzen, ein halbes Jahr alt ist oder so. Also, im schlimmsten Fall, wenn es das wäre, was nötig ist, dann wäre es halt so. Ich musste da warum auch immer vor zwei, drei Tagen daran denken und seitdem ab und zu mal. Und ich komme ziemlich einfach zum Ergebnis, dass wenn es ich wäre, und ich bin auch noch ethnisch-deutscher, wenn ich es wäre, der abgeschoben würde, damit dieses Joch der Massenmigration hier endlich mein Ende hat, dann wäre es so. Also, ich würde, wenn es davon abhänge, ich würde dieses Land hier verlassen. Mit durchaus einem Lächeln im Gesicht. Wie ist das bei dir? Ja, genau. Also, ich finde, man muss halt einfach unterscheiden zwischen einem gesamtgesellschaftlichen Problem und einem individuellen Einzelfall. Das heißt, nur weil das in deinem persönlichen, individuellen Leben negative Konsequenzen hätte, heißt das nicht, dass es auch negativ für die Gesellschaft ist. Das heißt, was mit mir passieren würde, mit mir persönlich oder mit Feros oder mit XY, ist vollkommen gleichgültig und egal, weil es hier um ein größeres Problem geht. Und auf jeden, bei dem das zutrifft, ist das der Fall. Das heißt, ein Illegaler oder ein Krimineller muss geschoben werden. Und irgendein Einzelschicksal von XY, das ist vollkommen gleichgültig. Ja, aber das verstehen halt die Leute nicht. Ich glaube, das ist ein recht guter Lackmustest, um herauszufinden, ob sich jemand mit dieser Gesellschaft hier identifiziert oder nicht. Also, die Frage kann sich auch mal jeder Zuschauer stellen. Wenn es an dir läge, wenn du dafür sorgen könntest, dass hier eine Rückabwicklung der Massenmigration stattfindet, aber du bist derjenige, der deshalb dann ausreisen muss, würdest du das tun, ja oder nein? Und wenn deine Antwort ja ist, dann bist du offensichtlich in Deutschland. Warum sollte dich das sonst interessieren? Warum sollte es mich oder einen Feroz oder einen Irrfan interessieren, ob hier ein wirklich großes Problem gelöst wird, wenn wir uns halt nicht mit diesem Land identifizieren? Ja, jetzt wird es schwierig. Jetzt schreibt feiner Bube hier gerade nach Syrien. Also, das wäre schon, also ich hätte, ich hoffe, ich hätte die freie Wahl. Ja, du kannst, meinetwegen kannst du noch, noch weiterhin auferlegen, zum Beispiel, ich darf nicht in ein deutschsprachiges Land, also ich darf nicht nach Schweiz, in die Schweiz, ich darf nicht nach Österreich. Selbst dann, selbst dann, dann wandere ich aus. Ja, wenn ich jetzt nach Polen müsste und das würde mich jetzt nicht übelst glücklich machen, überhaupt nicht, ja, aber, also, dann würde ich das tun, ja. Mit Kind und Kegel, mit allem drum und dran und dann wäre ich halt weg, ja, und würde mich freuen, dass dieses Land hier sich zum Besseren wandelt, dank des Opfers, das ich erbracht habe. Gut, wir schauen uns da weitestgehend einig zu sein, das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich würde ein paar Kommentare vorlesen und dann steigen wir ein ins Salafisten-Quiz. Was hältst du denn davon? Alles klar, passt super, tut gut dann. Ich dachte, bei meinem Dauer, mir Monolog hast du dich wieder verabschiedet. Mir fiel noch eine Sache ein, du hast gestern oder vorgestern, gestern glaube ich, gelivestreamt zum Thema Kalifat ist die Lösung. Ja, genau. Das ist momentan ein ergiebiges Thema, ne? Also ein Islamkritiker auf YouTube zu sein, hat aktuell wieder Hochkonjunktur. Das ist schon ein Thema, dass, also ich hatte das Gefühl, dass das zeitweise so ein bisschen eingeschlafen war, aber jetzt wieder voll Fahrt aufnimmt. Wie siehst du das? Ja, aber, ja, das wusste ich, ich wusste, ich meine, das war ja offensichtlich, dass das Thema stehen bleibt. Ja, nur weil mal eine Zeit lang über irgendwas anderes geredet wird, heißt es nicht, dass das Problem gelöst sein wird. Und es gab durchaus auch so andere YouTuber, die meinten so, ja, ey, das Thema ist durch und so, ja, wird kein Thema mehr sein. Aber das war mir von Anfang an klar, weil es aus meiner Sicht einfach das größte Problem ist. Und es wird sich auch nicht ändern in den nächsten Jahren. Ab und zu werden andere Themenpunkte mal Aufmerksamkeit bekommen. Aber es wird ständig darum gehen. Und da wird sich jetzt nichts großartig ändern, auch nicht in der nächsten Zeit. Du hast da auf jeden Fall aufs richtige Pferd gesetzt. Sehr, sehr schön. Okay, ein... Ich habe mich darauf gesetzt, das hört sich ja so an, als ob ich irgendwie so mir eine Nische gesucht hätte. Das war halt einfach so. Vor so dem Plan, ja, du hattest damals so einen Zettel, da hast du so 20 Themen aufgeschmiert. Was könnte ich machen? Ich könnte Beauty-Blogger werden. Ich könnte, keine Ahnung, ja, dann irgendwann war ich Islamkritiker. Ja, das mache ich. Nein, nein, so war das natürlich nicht gemeint. Also ist schon klar, dass das ein Produkt des Zufalls ist. Aber schön, dass der Zufall letztendlich wollte, dass genau das, was du machst, die Leute interessiert. Ja, ja, und ich muss halt auch sagen, ich meine, alle sprechen drüber, aber es macht halt einen Unterschied, ob du über ein Thema sprichst, wo du jetzt dich jetzt nicht sonderlich gut auskennst oder halt nur so oberflächliches Wissen hast, oder ob du so ein richtiger Islam-Experte wie ich bist. Ja, das macht halt schon noch einen Unterschied. Klar, klar. Gut, wir sind froh, dass wir dich haben. Aber dazu dient ja unter anderem das Salafisten-Quest zur Aufklärung. Ich meine, die Leute lernen ja da auch viel. Ja, nicht nur das. Es ist die perfekte Verbindung aus Aufklärung und Unterhaltung. Weil, ich meine, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es urkomisch ist, was für blöde Fragen sich einige Muslime stellen, die da beantwortet werden müssen, oder was für absurde Sachverhalte da teilweise besprochen werden. Von daher ist es einfach ein wunderschönes Thema. Schade, dass es so lange gedauert hat, bis wir einen zweiten Teil raushauen. Aber egal, heute ist es soweit. Das ist das Wichtigste. Ich auch eine Nickerzeiten. Gut, Irfan, dann lese ich kurz ein bisschen was vor. Ich habe dich ja schon vorgewarnt, das wird wahrscheinlich so 20 Minuten dauern. Und dann steigen wir ins Thema ein. Los geht's mit Nikita für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Endlich wieder Salafisten-Quiz. Danke für eure Arbeit und die Unterhaltung heute Abend. Vielen, vielen Dank, Nikita. Altjad Nio Go So Tour. Für 5, 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Wir haben hier ein Hassverbrechen. Dieses Mal außerhalb der Wabe. Dank euch werde ich noch arm. Diese Spende stammt unter anderem von Jog SoTot. Er fragt dich, wann du ihn endlich mal bei dir zum Kaffee und Kuchen beschwörst. Schaurige Grüße vom Tor und von der Arbeit. Ja, vielen Dank, Jog SoTot müsste ich erst mal kennenlernen. Dann mache ich mir Gedanken drüber. Der Name klingt fast so, als wenn das ein Dämon wäre, mit dem ich gar keinen Kaffee trinken will. Lieber Altjad Nio Go So Tour, ich danke dir vielmals. Save the Style für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Tolles Duo. Ganz liebe Grüße an Irfan. Habe ihn während seiner Auftritte mit Sturzi in NRW mehrfach gesehen. Und in Marl auch kurz mit ihm gesprochen. Macht weiter so. Ihr beide seid extrem wichtig für die Bewegung. Vielen, vielen Dank. Ich muss auch ab und zu daran denken, wenn dieses Thema Hochkocht Irfan, dass ich wahrscheinlich durch Zufall bei der besten Kundgebung vom BPE war, die es jemals gegeben hat. Ich kann mal damals an, 5 Minuten oder so, bevor dir der Typ, du hast witzigerweise auch noch das Mikrofon gehalten und das Gespräch geführt, dir ins Mikrofon rein sagt, ja, ja, spätestens wenn wir die Mehrheit stellen, dann werden wir euch unterjochen. Notfalls mit Gewalt. Der hat alles gegeben damals, der Mann. Ja, genau. Genau, das war in Berlin. Und das war echt so instinktiv. Habe ich einfach gedacht, so, ey, der ist irgendwie so, der ist anders als jetzt die ganzen anderen, die da rumstehen. Der ist wahrscheinlich so dumm und sagt, das ist alles ganz offen. Und der hat es auch gesagt. Und ich meine, das war genau die Aufnahme, die dann viral gegangen ist. Elon Musk hat darüber geredet. Donald Trump Jr. Und Ben Shapiro hat es auch in seinem Podcast aufgegriffen. Also das Nichts ist so viral gegangen wie dieser Ausschnitt an dem Tag. Sau geil. Und ich durfte dabei sein, ja, als meiner Meinung nach ein kleines Stück Geschichte geschrieben wurde. Weil das wird, was dieses Thema betrifft, in zehn Jahren noch als gutes Argument herhalten. Dieser Moment, ja. Und man macht sich das teilweise gar nicht bewusst. Was heißt das denn jetzt? Ist das jetzt die Meinung von einem Idioten? Keine Ahnung. Wir können das schlecht bewerten. Wir können die Leute ja nicht im Nachhinein fragen, die da drum herum gestanden haben. Aber was wir gesehen haben, Irrfan, war, da war keiner, keiner, der gesagt hat, ey, 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 warte mal, warte mal, warte mal, ey. Also so ja dann doch nicht. Nein! Die haben das alle geschehen lassen, haben mit einem Lächeln im Gesicht daneben gestanden. Während er sich da, in Anführungszeichen, im Kopf und Kragen spricht, ja. Also, das Ding zu verkaufen als, das ist die Meinung eines armen Irren. Wenn um den herum 50 Muslime stehen, die alle, ja, zustimmend zuschauen, was da geschieht, ja, ist halt auch nicht. Von daher, sehr, sehr schönes Ding gewesen. Ja. Dann habe ich Ceko1312, 20. Monat, vielen, vielen Dank. Maschallah, endlich ist es soweit. Schön, dass du hier bist, vielen, vielen Dank. Tobi ohne Text, ich danke dir vielmals. Nasen seit der Kita, 11. Monat, vielen, vielen Dank. Medal on, dir ein herzliches Medal nach Hause, vielen, vielen Dank. Pfulsk, 32. Monat, vielen, vielen Dank. Danke fürs Intro. Ich danke dir fürs Intro, lieber Pfulsk. Ich danke dir vielmals. Stanley H. Tweedle, 15. Monat, vielen, vielen Dank. Beste Grüße, Kasper. Weiter so. Das werden wir machen. Ich danke dir vielmals. Dann ein paar ohne Text. Ich danke euch vielmals, Freunde. Mara SP, 29. Monat, vielen, vielen Dank. 29 Monate, du verrücktes Einhorn. Wer hätte das gedacht? Ja, ich anfange es nicht. Und trotzdem bin ich noch hier. Auf die nächsten 29 Monate, vielen, vielen, vielen Dank. Raid, nee, racheengel.de. Vierter Monat. Vielen, vielen Dank. Medal und bleibst du, wie du bist. Das werde ich. Ich danke dir vielmals. Random God. Fünfter Monat. Vielen, vielen Dank. Shoutout an alle, die in Dresden waren. Wie man an dem, wie man an den am Abend desselben Tages veröffentlichten Interviews bereits erkennen konnte, ist dank des Drucks auf Krah. Nee, ich gebe mein Bestes, der Satz verwirrt mich. Wie man an den am Abend desselben Tag veröffentlichten Interviews bereits erkennen konnte, ist dank des Drucks Krah auf. Ich verstehe, Krah ist auf. Vorstand hat Krah aufgemacht. Krah soll aufbleiben. Ja, was hättest du von Krah? Also, gerne philosophiere, aber gut, nicht gut. Damit bin ich schon glücklich. Ja, ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht so mit gut, nicht gut beantworten. Also, man muss halt klären, ob die Vorwürfe stimmen. Falls die Vorwürfe stimmen, ist das natürlich sehr bedenklich. Und man darf halt nicht den Fehler machen aus dieser Anti-USA-Haltung. So, alles, was aus dem Osten kommt, ist super und toll und sowas. Also, da muss man schon aufpassen, dass man da nicht irgendwelche fremden Interessen dann vertritt oder sich da irgendwie diskreditieren lässt. Also, muss man schon sehr gut aufpassen. Das ist völlig klar. Also, es war auch so gemeint. Was hältst du von Krah, wenn diese Vorwürfe, die ja momentan noch nicht mal wirklich erhoben wurden, also, der Vorwurf, der erhoben wurde, ist, dass einer seiner Mitarbeiter ein Spion war, nicht Krah selbst. Aber wenn die Vorwürfe, die man gegen Krah richten könnte, wenn die nicht der Wahrheit entsprechen, dann denke ich persönlich, dass der Mann... Ich weiß nichts. Was weißt du nicht? Ja, er hat so komische Aussagen, so auch so mit Erdogan und sowas. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so begeistert, wie er versucht hat, so die Türken anzusprechen und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Halte ich nicht so viel davon. Also, wir werden demnächst, wie es aussieht, in der Honigfarbe haben. Und das vermute ich auch vor der Europawahl. Ich habe auch gedacht, dass ich da bezüglich Katar nochmal nachfrage, um die einzig valide Kritik, die ich bisher vernehmen konnte, mal der so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Also, was ist da dran bei ihm? Falls dir was einfällt bezüglich Erdogan, ich frage ihn auch gerne das. Also, ich denke, dass die Türken das Recht haben, einen Erdogan zu ihrem Herrscher zu wählen. Und dass der dann da das machen kann, wofür er gewählt wurde. Und wenn er jetzt zum, ich weiß nicht, achtmal in Folge gewählt wurde, dann gefällt den Leuten, oder zum sechsten Mal, dann gefällt den Leuten offensichtlich, was er tut. Also, ist nicht so, dass das ein Überraschungsei wäre. Also, die wissen schon, was sie bekommen, wenn sie ihn jedes Mal wieder wählen. So, von daher, ich sehe ihn aber nicht als meinen persönlichen Feind. Ja, aber Fakt ist, er schadet Deutschland und er nutzt auch die Türken in Deutschland aus und ist halt kein Freund Deutschlands. Und das muss man halt benennen. Und es gibt mindestens, würde ich sagen, die Hälfte der türkischen Bevölkerung, die gegen Erdogan ist. Und genauso mit dem Iran hat er auch so, ja, als ob Iran so alles voll legitim und so weiter. Ich meine, da gab es gewaltsame Proteste gegen die. Und ich meine, wenn du Iraner kennenlernst in Deutschland und so, die die Situation kennen, die würden dir auch sagen, über die Hälfte der Bevölkerung ist gegen das Regime. Und ich finde, man sollte denen halt nicht so Legitimität geben und sagen, ja, die sind halt jetzt schon an der Macht und passt, alles super. Taliban, ja, ja, mit denen auch, alles gut und sowas. Das weiß ich nicht, finde ich nicht so richtig. Ja, du bringst mich hier in eine missliche Lage einfach, weil ich auch der Meinung bin, dass wenn das afghanische Volk der Meinung ist, dass die Taliban die Heilsbringer sind und man diese Leute letztendlich zur Macht verhilft, dann ist es so. Also ich würde mir das natürlich für mein Land nicht wünschen. Und was du sagtest zu Erdogan, damit hast du vollkommen recht, also der ist garantiert kein Freund Deutschlands, der vertritt in quasi 100 Prozent der Fälle türkische Interessen und nur türkische Interessen. Aber das ja auch nur zu unserem Nachteil, weil wir ihn gewähren lassen. Also wenn wir sagen würden, nee, also die Flüchtlinge, die du im Land hast, wir zahlen dafür kein Geld mehr, machen wir mal das Beispiel. Ja, der kriegt ja Milliarden überwiesen dafür, dass er die Flüchtlinge bei sich im Land behält und dann hier und da mal damit droht, die Tore aufzumachen. Ja, diese Macht muss man ihm halt nehmen, indem man die Grenzen sichert, dass er dieses Machtinstrument einfach nicht mehr hat und dann wendet die Zahlungen eingestellt und dann ist gut. Also ich denke, dass das vor allem, dass Erdogan für uns vor allem ein Problem ist, weil wir ihn halt ein Problem sein lassen. Also nicht du oder ich. Das auf jeden Fall. Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Nur ich sage, es wäre doch viel mehr in unserem Interesse, wenn jetzt die Türkei zum Beispiel von so Laizisten regiert wird, von so Himalisten, wo du dann das ganze Islamproblem gar nicht hast, dann könnte man auch verbündet sein mit der Türkei. Ich meine, man ist ja eh mit ihr in der NATO und dann hätte man halt viel mehr Gemeinsamkeiten, dass man lieber auf diese Kräfte stützen sollte, unterstützen sollte und nicht einfach die momentanen Herrscher einfach den Legitimität verschafft, indem man sagt, ja, Erdogan ist regiert. Ich meine, wer sagt denn, dass die Wahlen nicht manipuliert sind? Zum Beispiel Erdogan oder Iran oder so. Gut möglich. Klar, gut möglich, gut möglich. Also das wäre natürlich, was meine Sicht betrifft, ein absoluter Game Changer. Ja, bisher, also ich habe mich damit eigentlich auch nicht großartig beschäftigt, aber bisher habe ich von Berichterstattung dieser Art, die halt auch noch extremst glaubhaft dann sein muss, für mich nicht so zu kommen. Aber klar, wenn das der Fall wäre, dann hätten wir ein ganz anderes Problem in der Hand. Klar, also dann wäre er auch mein erklärter Feind. So ist es jetzt mit den Taliban so. Ja, da bin ich auch dafür, dass man mit denen spricht und zum Beispiel jetzt sagt, hey, wie klären wir das mit den ganzen afghanischen Flüchtlingen und wir schicken sie euch zurück und dafür dann auch mit den Taliban spricht. Aber du weißt ja selbst, ich meine, heutzutage alles ist miteinander verbunden und ich finde, man sollte einfach langfristig denken und auf die richtigen Partner setzen beziehungsweise, ich sehe es nicht als verwerflich an, auch die Kräfte dort zu unterstützen, die eher in unserem Interesse sind. Weil es gibt ja immer so, gerade so im rechten Lager dieses, nein, wir isolieren uns von allem, geht uns nicht an, interessiert uns nicht. Aber ich meine, die Probleme kommen dann zu uns, wir können uns nicht isolieren. Und daher finde ich halt, ja, einfach auf die Kräfte setzen, die in unserem Interesse sind. Ja, ich will das jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber eine letzte Sache würde ich noch sagen, dann gerne du nochmal und dann würde ich zum nächsten Punkt hier kommen. Ich habe das Gefühl, dass Einmischung von außen fast immer in die eine oder andere Richtung scheitert. Entweder wandeln sich die Länder dann tatsächlich und zwar in Dreckslöcher, also Paradebeispiel Libyen, das ist heute kein lebenswerteres Land als vor 15 Jahren oder es passiert halt wenig. Also die Einflussnahme, keine Ahnung, wir schicken ja jedes Jahr, ich glaube eine halbe Milliarde nach China als Entwicklungshilfe. Auch das, also machen wir uns nicht zuvor, das machen wir, um da in irgendeiner Form Einfluss nehmen zu können, irgendwelche Vereinigungen oder Personengruppen zu unterstützen, die in unserem Interesse handeln. Ich sehe da keinen Wandel der Politik herbeifinanziert von deutscher Seite. Von daher ist das meiner Meinung nach meistens in der Regel entweder verschenktes Geld oder wenn es dann klappt, dann wandelt sich das Land nicht zum Besseren. Ja, bei militärischer Einmischung, genau gebe ich dir recht, also so militärische Interventionen und so weiter auf jeden Fall. Und die ganze Hilfe, ich meine das ganze Geld und sowas, die verarschen uns ja, die nehmen ja nur das Geld und sagen, ja, ja, wir machen schon und kassieren ab und tschüss. Also das ist schon so. Ich meine halt nur zum Beispiel jetzt so, ich glaube halt jetzt nicht, dass irgendwelche grauen Wölfe, Erdogan, Türken und so weiter, die jetzt Erdogan unterstützen, dass die jetzt irgendwie in die AfD gehen und AfD wählen und uns sich da irgendwie engagieren. Ganz sicher nicht. Du bekommst sie halt nicht über die Schiene, so das will ich damit sagen. Wir bekommen eher so similierte Kemalisten oder sowas, die jetzt sagen, hey, hier so, weißt, mit denen kannst du halt eher was machen, als jetzt irgendwelche so halb islamistischen, türkischen grauen Wölfe. Da wissen halt einige zu wenig über diese Gruppen und denken, wenn die jetzt so sich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen anbiedern, aber solche Töne spucken, dass da halt dann irgendwie massenweise dann graue Wölfe oder Türken oder halt solche Leute dann irgendwie in die AfD kommen und sowas, sodass das irgendwie wünschenswert ist. Absolut. Also A, das wird natürlich nicht passieren. Die Leute wählen weiterhin schön die SPD, weil die dafür sorgt, dass noch mehr von ihrer Art ins Land kommen. Und B, selbst wenn das klappen würde, dann wäre das nicht wünschenswert. Ganz klar, ganz klar. Also spätestens, wenn die Leute dich wählen, dann bist du dir noch gewissermaßen verpflichtet, ja, weil sonst wählen sie dich beim nächsten Mal nicht wieder und dass man sich dann in der AfD für die Interessen der grauen Wölfe zum Beispiel einsetzt. Also bitte nicht mal ein Prozent, ja. Von daher klar, klar. Gut, dann haben wir Kneckepanzer. Dritter Monat, vielen Dank. Medal, Leute, ein herzliches Medal zurück. Ich danke dir vielmals. Wir haben heute ganz viel ohne Text. Das finde ich löblich, Freunde. Ihr macht das mir recht einfach heute. Vielen, vielen Dank. Alexander Jutt, sechster Monat. Vielen, vielen Dank. Grüße alle. Liebe Grüße zurück. Wir danken dir vielmals. Cannibal Soul, 1994, 24. Monat. Vielen, vielen Dank. Kasper, du fresse und Irrfan sortiert nach Abschiebedringlichkeit. Also wir sollen jetzt die folgenden Personen nach Abschiebedringlichkeit sortieren. Irrfan. Tarek Alaufs, Anpalagan, Schebli, Özoguz und Rahim Boateng. Ich würde da wahrscheinlich das Machtgefälle heranziehen. Also Özoguz ist aktuell Vizepräsidentin des Bundestags oder bin ich auf dem Holzweg? Bundestagsvizepräsidentin, ja genau. Also von daher, weil die mehr Einfluss hat als Rahim Boateng, würde ich die ganz nach oben setzen. Gefolgt von, boah, ich befürchte, dass aus Tarek Alaufs mal eine große Nummer werden kann. Der hat ja erst das Video bekommen, was er vorgestern, glaube ich, auf Twitter hochgeladen hat. Mit den kriminellen Ausländern. Nein. Okay, dann müssen wir noch einmal kurz rüber. Rüber, Tarek Alaufs. Alaufs. Und dann Twitter. Da hat er wieder einen rausgemittelt, mein Lieber. Ich lese vor, Freunde, sobald ich euch ein Bild gegeben habe. Lasst uns über ein Thema sprechen, das viele scheuen. Kriminelle Ausländer. Ob völlig unter Drohung in Thailand oder besoffen auf den Ballermann. Wir Deutschen fallen, wir Deutschen. Diese, diese Frechheit einfach auch, weißt du. Wir Deutschen fallen in der Welt oft negativ auf. In Österreich sind wir sogar Spitzenreiter, was Kriminalität von Nicht-Österreichern angeht. Ich bin ehrlich, das ist mir schon etwas peinlich. Dazu noch dieses Video hier. Ich möchte mich wirklich für meine Landsleute entschuldigen. Ich habe heute die Kriminalstatistik gelesen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Bitte denkt daran. Wir sind nicht alle so. Es gibt unter uns die Anständigen, die wirklich so etwas nicht akzeptieren. Ich kann einfach nur noch sagen, es ist beschämend. Es ist so tief, bodenlos, bis zu nichts mehr geht. Das, was die Deutschen in Österreich anrichten und dass sie als größte Gruppe in der Ausländerkriminalstatistik auftauchen. Das geht gar nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich erinnere mich. Ja, ich glaube, ich habe meine Meinung gerade geändert. Der sitzt als erster im Flieger. Einfach, weil er mir auf den Sack geht. Da könnte man wieder ein Fass aufmachen. Ja, wer ist eigentlich ein Deutscher? Ja, diese Dreistigkeit und Frechheit, wie er hier so tut, als wären so die Deutschen im Ausland kriminell. Zum Beispiel jetzt mit Österreich. Ja, weil einfach sehr, sehr viele Deutsche in Österreich leben. Und da geht es um Verkehrsdelikte. Ja, also, ich meine, ich wohne ja selbst in Wien und ich kenne die Situation in Österreich sehr gut. Und du hast da keine deutschen Deutschen, die kriminell sind. Das ist absoluter Schwachsinn. Ja, das ist einfach Blödsinn. Und er versucht halt da einfach so, es ist halt ständig dieses Wort Abautism. Und ja, die Deutschen sind auch so entgegen jeglicher Lebensrealität. Ich meine, hier gab es eine Antwort, die mir sehr gut gefallen hat. Ja, da hat jemand von Statista rausgesucht, die Anzahl der ermittelten Verge*** Tatverdächtigen in Österreich nach den zehn wichtigsten Staatsangehörigkeiten im Jahr 2018. Und da siehst du, die allermeisten Tatverdächtigen sind Österreicher. Ist ja auch klar, die meisten Menschen in Österreich sind Österreicher. Gefolgt von Afghanen, die es mit Sicherheit nicht im Ansatz in einer derartig hohen Zahl gibt wie die Deutschen. Gefolgt von der Türkei, wovon es ebenfalls garantiert weniger Staatsangehörige gibt als Deutsche in Österreich. Gefolgt von den Deutschen. Gefolgt von Rumänen, die ebenfalls deutlich weniger sind als Deutsche und so weiter und so weiter. Also das hier pro Kopf denke ich, dass Deutsche exzellent abschneiden, was diese Statistik betrifft. Ja, schau, wenn ich jetzt was in Österreich mache, dann fließt das auch in die Statistik Deutschland, weil ich deutscher Staatsbürger bin. Was ich meine, und es gibt halt viele auch Migranten, die halt die deutsche Staatsbürgerschaft haben und dann in Österreich sind, dort kriminell werden und das fällt auch auf Deutsche zurück. Aber ich meine, wie viele davon sind halt ethnisch deutsch? Das ist halt die Frage. Ja, ja, absolut. Also, ich nehme das, was ich schon gesagt habe, zurück. Tarek Alaus auf die Eins, einfach weil er mir auf den Sack geht. Gefolgt von Özoguz, weil sie mächtig ist. Gefolgt von, ich würde fast sagen, Anpalagan, weil er mir auch übelst auf den Sack geht. Gefolgt von Schebli und als Letzter, aber als Allerletzter, Rahim Boateng, diesem Mann danke ich sogar, wenn ich da mittelentscheiden könnte. Der ist sowieso deutscher Staatsbürger, von daher, der wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Ey, der soll bitte weitermachen. Weil der betreibt ja Aktivismus in meinem Sinne. Er offenbart halt, was diese Leute in nicht unerheblichen Zahlen tatsächlich denken und wollen. Hashtag Kalifat ist die Lösung. Von daher, der Letzte, der im Flieger sitzt, ist der Herr Rahim Boateng. Dann habe ich Deli79. Ja. Bitte, wolltest du noch was sagen? Nein, nein, post, post. Alles klar, Deli79, 36. Monat. Vielen, vielen Dank. Nabend, Jungs, einen schönen Abend zurück. Vielen, vielen Dank. Bipun oder Baipan oder der Basitemeister Propper. Ich weiß es nicht. 30. Monat. Vielen, vielen Dank. 30 Monate, in denen ich die Vielfalt als unseren Herren und Erlöser für unser Hashtag Zusammenland anerkannt habe. Vielen, vielen Dank. Titansmith. Sechster Monat. Vielen, vielen Dank. Frage an Irrfan. Spielt die Takiyah bei westlichen Muslimen wirklich so eine große Rolle? Der Chef von Muslim Interaktiv ist ja auch weit zurückgerudert, nachdem die Kritik zu groß wurde. Ja, spielt auf jeden Fall eine Rolle und wird auch schon systematisch angewandt, aber ja, muss man halt immer von Fall zu Fall schauen, ja, und von Gruppe zu Gruppe, aber es ist auf jeden Fall ein Thema und es wird angewandt und es ist schon ein gängiges Prinzip und ich meine, jeder, der da so ein bisschen recherchiert oder sich die Sachen anschaut, wird ja klar erkennen, wird ja die Zweigesichtigkeit ganz klar erkennen. Ich meine, da gibt es ja so viele Fälle, wo man das ganz klar gesehen hat, wie unterschiedlich man sich gibt, ja, in der Öffentlichkeit und intern, dass man da schon ganz anders, ganz anders spricht, ja. Dann haben wir noch Erik, BFC, Elfter Monat. Vielen, vielen Dank. Irrfan, grüße dich. Ja, liebe Grüße zurück, Erik. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir noch einmal Streamlabs und dann können wir auch schon loslegen, Irrfan. Als erstes der Freistarter für 5 Euro, vielen, vielen Dank. Einmal Werbung für YouTube slash at das vulgäre Archiv. Danke an Kiddo und Ivan vom Discord.gg slash Angerverse für die Thumbnails. Ed Kasper, magst du einmal YouTube.com slash at das vulgäre Archiv einblenden? Hashtag stolz, dass es so gut geklappt hat. PS, namen Irrfan und liebe Grüße der Freistaatler. Das blende ich sehr, sehr gerne ein. Das ist dieser Kanal hier, Freunde. Da werden Schlorts offensichtlich hochgeladen. Ich meine, das ist so der Kanal. Nee, da werden nur Schlomo-Sache hochgeladen. Es gibt noch den anderen Kanal, der da den Namen trägt. Oh, ist hier gerade gar nicht mit bei. Ich glaube, Honigclips war es. Ja, jedenfalls bei das vulgäre Archiv. Altes Schlomo-Zeug, auch Schlomo-Schlorts. Die Leute, die vielleicht keinen Twitter-Account haben, dann meistens verpassen werden. Von daher schaut vorbei, Freunde. Vielen, vielen Dank, der Freistaatler. Ends ohne Bonusloch für 11,11 Euro. Vielen, vielen Dank. Hi, Kaspar. Le-Va-Louise-Perrette. Du hast in der letzten Unigfarbe nach einem Pariser Ford gefragt, der keine migrantischen Probleme hat. Ah ja, Le-Va-Louise-Perrette. Nie von gehört. Voilà, war dort ein paar Mal beruflich. Ist ein reicherer französischer Vorort von Paris. Es gibt sie also wirklich. Vielen, vielen Dank für die Info. Honnest Nest für 10 Euro. Vielen, vielen, vielen Dank. Hendo Kaspar, Hendo Irrfan, Hendo Chatfrenz. Ich habe einen neuen, interessanten Kanal gefunden. Andi, wacht auf. Link habe ich dir bei X als PN gesendet. Ich hoffe, ich finde den auch so. Frage an Irrfan. Darf ich über meine Ledersocken streichen? Habt viel Spaß, ihr Lieben. Ich glaube, eine Frage wird dabei sein. Die wird noch kniffliger sein. Nicht nur über Ledersocken, sondern über löchrige Socken. Das wird noch spannender. Du hast euch schon gesehen, als ich das Video hier eingefügt habe. Ich kenne die Antwort doch nicht. Ich bin sehr gespannt. Und damit können wir dann auch schon loslegen. Herr Hedemanns, kurz der Kanal von Irrfan. Hast du feste Termine, wann du live bist? Ja, also ich bin in der Regel immer freitags 20 Uhr live. Und meistens dann auch noch ein, zweimal die Woche. So spontan, so montags, dienstags. Ich hatte jetzt irgendwie Verwarnungen zwei. Und deswegen hatte ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel gemacht. Aber gestern gestreamt und noch so einen Vortrag bei der AfD hochgeladen. Den kann man sich anschauen. Und ja, freitags 20 Uhr meistens. Alles da. Schaut vorbei bei Irrfan, Freunde. Dann habe ich heute mir nur die Twitch-Regeln durchgelesen. Zumindest den entscheidenden Part. Und da gab es Ende 2023 ein Update bezüglich Content that deliberately highlighted breasts, buttocks and pelvic regions, even when fully clothed. Das war mal verboten, ist es jetzt nicht mehr. Deshalb darf ich voller Stolz heute hier an der Stelle nochmal den Salafisten-Filter präsentieren. Soweit ich die Twitch-Regeln verstanden habe, sollte das erlaubt sein. Viel Spaß und danach geht's los. Und bevor die Frage kommt, das Lied heißt Energy Drink. Interpret weiß ich leider nicht mehr, aber wenn ihr nach Energy Drink sucht, dann werdet ihr dieses Video oder dieses Lied finden können. Gut, Irrfan. Dann habe ich hier mal einen seichten Einstieg. Das ist keine was, wenn oder darf ich oder ähnliches Frage, sondern das ist die Kopftuch-Transformation einer unserer größten Feinde. Die alte, weiße Frau, die ist ja an unserer Misere mitschuld. Und hier siehst du da mal eine, die sich ganz toll darüber freut, jetzt mal ein Kopftuch anprobieren zu können. Ja, und wir gucken uns das mal an. Auf die Transformation und sage Salam Aleykoum. Ja, also die wäre auch was für mein Abschiebeprogramm nach Bord. Ich habe ja einen neuen Plan ausgearbeitet und das folgende Irrfan, du kannst mir mal sagen, ob der dir gefällt oder nicht. Wenn wir hier erst mal das Ruder rumreißen, dann werden wir eine deutsche Insel räumen. Ich habe mich für Bordkomm entschieden. Übrigens, die Entscheidung ist gefällt. Also Diskussionen, ich hatte das schon in der Kommentarsektion, es tut mir leid, Freunde. Einige machen da gerne Urlaub, es tut mir leid. Es ist leider Bordkomm geworden, so ist das nun mal. Und dann schieben wir deutsche Staatsbürger, ja nicht wirklich ab, weil sie bleiben ja in Deutschland, aber halt wir verbringen sie auf die Insel Bordkomm. Und da darf sie dann den ganzen Tag ein Hijab tragen. Was hältst du von der Idee? Ist das verfassungskonform? Was meinst du? Ich habe gerade jetzt erst mal gegoogelt, Bordkomm, eine Insel, was, in Niedersachsen? Kannte ich jetzt gar nicht. Kannte ich auch nicht, bis ein Kollege mir davon erzählt hat und mir erzählt hat, dass er da gerne Urlaub macht. Ja, und da dachte ich so, ey, die ist prädestiniert, diese Insel, weil die kennt, glaube ich, keiner. Ja, und das heißt, ich trete damit wenig Leute auf den Schnips. Das ist mir wichtig, ne? Wenn ich Sylt wählen würde, dann würden mir die ganzen Reichen aufs Dach steigen. Wenn ich Bordkomm wähle, wer ärgert sich darüber? Ja, irgendwie tausend Leute, na gut, damit muss ich erleben. Und wenn die sich dann sehr ärgern, dann sollen sie halt mit, also es steht ihnen ja frei, da weiter Urlaub zu machen oder halt direkt überzusiedeln. Na, aber die Frau hier, die hat dann leider keine Wahl mehr. Die muss. Ist das verfassungskonform? Aber warum muss das eine deutsche Insel sein? Aber warum muss das eine deutsche Insel sein? Einfach, weil ich die Hoffnung habe, dass wir das verfassungsgemäß durchbekommen, ja? Weil sie dann nicht wirklich abgeschoben werden. Aber ich schaue mir gerade die Insel an, die ist echt klein, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die da alle hinpassen. Du, wir bauen da 30, 40-stöckige, die lassen wir von den Chinesen errichten, ja? Die bauen ja 20-stöckige Gebäude in drei Wochen fertig. Also, ich denke, das Problem mit der Überbevölkerung, das kriegen wir da schon irgendwie gewuppt. Zumindest für die ersten 100.000, sagen wir mal so. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Danke, danke, das würde ich hören. Maximilian Krah ist doch Jurist, ja, der kann das beantworten, wenn er zu Gast ist. Genau, da will man fragen. Alles klar. Gut, dann geht jetzt hier mit das Salafisten-Quiz los. Liebe Mods, ich hoffe, ihr seid am Start. Die Mods werden versuchen, euch immer hier die Möglichkeit zu geben, zwei Minuten lang abzustimmen. Mit, ist das Halal, ist das Haram? Ja, darf man das, darf man das nicht? Ihr seid also angehalten mitzumachen, liebe Zuschauer. Umfrage ist so geplant, dass sie jetzt immer zwei Minuten läuft, aber notfalls vorzeitig abgebrochen wird. Ja, von daher macht mit, Freunde. Und die erste Frage lautet, Trading im Finanzmarkt Halal. Also, hier hätte eigentlich stehen müssen, ist Trading im Finanzmarkt Halal? Mit Ibrahim in Braunschweig, Sheikh Ibrahim, einer meiner Lieblingsprediger. Ich würde ganz kurz zuvor mal mutmaßen, ich würde denken, ganz klar nein. Weil alles, was irgendwie mit Zinsen oder so, also Zinsen generell übelst verboten. Jetzt weiß ich nicht, ob eine Investition in ein Unternehmen sowas ähnliches ist wie Zinsen. Also, Geld für dich arbeiten lassen. Ich nehme an, das ist es eigentlich. Von daher würde ich vermuten, die Antwort lautet, nein, ist nicht Halal, ist strengstens verboten. Ich spiele einfach mal ab und dann leidest du mir deine Gedanken dazu mit, ja? Ist Trading im Finanzmarkt Halal, wenn damit gemeint ist, Aktien und du weißt, dass diese Firmen, in die du investierst oder deren Aktien du kaufst, nichts Verbotenes verkaufen oder nicht mit irgendwas verboten arbeiten und du kennst dich mit dieser Sache aus, also es ist kein Glücksspiel, dann ist es entschuldigend nicht verboten. Ich bin schockiert, würde ich sagen. Ja, also er hat es jetzt extrem... Bitte. Erzähl, Stefan. Er hat es extrem oberflächlich erklärt. Ich meine, da geht es ja nicht um Aktien, es geht ja um Trading. Ja, und da gibt es ja so viele verschiedene Aspekte. Er hat jetzt nur gesagt, ja, Aktien kann man kaufen, wenn die Firma jetzt nichts Verbotenes macht. Ja, aber ich meine, Trading ist ja schon mal, ist ja wieder ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Also du denkst auch, da kann man sich drüber streiten, ja? Ich würde sagen. Erfann. Du meinst, darüber könnte man sich streiten. Also ich bin tatsächlich sehr verwundert. Test, test, test. Ja, ja, jetzt. Nein, schau. Sie kaufen, wenn das Unternehmen nichts Verbotenes... Verbotenes macht, also keine Ahnung, das ist halt jetzt auch aus islamischer Sicht ist halt fast alles verboten. Finden wir ein Unternehmen, die jetzt irgendwie nur erlaubte Sachen machen, also islamisch gesehen. Ja, und es kommt halt der Glücksspielfaktor. Ich meine, ich bin jetzt kein Experte so für Trading, aber es kommt immer auf den Glücksspielfaktor an. Ich meine, wie viel kann man da wirklich berechnen und was ist reines Glück? Das ist eine exzente Frage. Also von daher würde ich eher neulich sagen, dann vorsichtshalber sollte es verboten sein. Weil dann machst du auf jeden Fall nichts falsch. Dieser Ibrahim, der hat einfach keine Ahnung, der weiß nicht, was Aktien ist. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, was Trading ist und deswegen sagt er sowas einfach. Aber ich sag, wenn man die Frage präziser stellen würde, dann hätten die Zuschauer auf jeden Fall recht, dass das verboten ist. Weil wie du es auch richtig gesagt hast, fast alles hat irgendwie mit Zins zu tun. Fast jedes Unternehmen macht irgendwas, was verboten ist. Du lässt halt Geld für dich arbeiten, ne? Ich meine das, also jetzt müssen wir, wir müssten jetzt ziemlich tief graben. Was ist denn das Problem an Zinsen? Und ich glaube, das Problem an Zinsen ist, dass du Geld für dich arbeiten lässt, ohne halt irgendwas dafür zu tun. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum Zinsen verboten sind und dann müssten auch Aktien verboten sein. Ja, also schau, das Zinsverbot ist eh komplett abartig im Islam, muss man sagen. Weil es gibt wirklich ein Zitat, ein Hadith von Mohammed, wo er sagt, Zinsen nehmen ist schlimmer, als Unzucht mit seiner eigenen Mutter zu treiben. Ich kann es auch einblenden, falls man das nicht glaubt oder sowas. Also es wird halt so extrem verteilt. Ich meine, wir wissen, Zins ist Zins, bla 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 und so weiter, Turbokapitalismus, da gibt es schon ein paar so negative Folgen. Aber wie da übertrieben wird beim Zinsverbot, ist auch wieder so ein Thema für sich. Alles klar, kommen wir zur nächsten Frage. Achtung, liebe Motz, bricht Asthma-Spray das Fasten mit Abul Barra in Braunschweig? Mein zweiliebster Prediger im deutschsprachigen Raum. Schwierig. Also... Das ist echt schwierig. Jetzt wird, es ist dir Allah... Obwohl, obwohl... Boah, das ist wirklich nicht einfach. Also ich sage mal... Also das Fastenbrechen... Ich gebe einen Tipp. Ja. Bitte. Bitte, bitte. Es geht halt darum, nimmst du etwas zu dir in irgendeiner Form? Naja, dann wäre die Antwort ja. Also wenn jetzt die Frage wäre, würde das etwas brechen, was weniger ernst ist als das Fasten? Dann würde ich sagen, ja, bricht es. Also keine Ahnung, bricht das, wenn du, wenn du, wie heißt es, wenn du Voodoo gemacht hast? Ja, bricht es das zum Beispiel? Würde ich sagen, ja, dann wasch dich halt nochmal. Sogar kein Problem. Aber das Fasten direkt... Also das wäre ja schon ein ernsthaftes Vergehen, das Fasten zu brechen. Du hast jetzt Voodoo ausgesprochen, wie dieses afrikanische Voodoo. Wie heißt das nochmal? Voodoo. Voodoo. Sorry, wie heißt das? Voodoo. Ja, okay. 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 Nein, nein, du hast es gerade so ausgesprochen, wie dieses afrikanische Zauber-Dee, dieses Voodoo. Ja, ja. Mit OO. Du hast recht. Ja, also eine rituelle Waschung zumindest, dass du die danach wiederholen musst, wenn die irgendwie mit der Nase zu tun hätte. Alles klar, aber Fasten finde ich schon ernst. Alles klar. Abstimmung bitte beenden. Wir legen los. Ist Asthma-Spray eine Sache, die das Fasten ungültig macht? Nach der richtigen Ansicht der Gelehrten ist das nur eigentlich so gut wie Luft. Achso. Ja. Ich verstehe, also die gucken sich da die Rezeptur an und sagen, ja gut, also unterm Strich ist das Luft. Manche sagen, es gibt Partikel da drin und so weiter und so fort. Soll es geben? Also einige behaupten, da wären auch Partikel drin. Ja, da sind sich die Gelehrten nicht einig. Nach dem Vertauer der großen Gelehrten kann man das benutzen. Jetzt müsste man fragen, ob die großen Gelehrten damals schon wussten, was Asthma-Spray ist. Gab es damals schon Medikamente für ernsthafte Erkrankungen, die du dir nasal einführst? Äh, gut. Oder, nee, Asthma-Spray ist gar nicht nasal. Das passiert schon über den Mund. Er meint. Ja, schönes Ding. Er meint, die heutigen großen Gelehrten. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Die Zuschauer haben da richtig gelegen. Sie sagten nämlich mit überwältigender Mehrheit 84 Prozent nein. Vielen Dank, Freunde. Dann haben wir, den Typen kenne ich übrigens noch nicht, Sami Abu Hamza. Ist der, ist das ein guter Mann? Das ist ein richtig guter Mann. Ich meine, das sieht man sofort, dass es ein guter Mann ist. Du bist ein Gläubiger. Ja, aber nochmal was zu dem Asthma-Spray. Wie, das besteht nur aus Luft. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht die genaue Konsistenz eines Asthma-Sprays, aber da muss ja irgendwas drin sein. Kann ja nicht nur Luft drin sein, oder nicht? Nee, richtig. Nee, er meint ja, einige Gelehrte sagen, da wären wohl Partikel drin. Ja, und dann, was, ja, weiß man nicht so genau. Also, wenn, wenn das, wenn, wenn, wenn das nicht, wenn das nichts enthalten würde außer Luft, dann bräucht man das ja nicht. Also, was hilft das denn dann? Also, von daher, das muss irgendwas anderes als Luft sein, weil mit Luft kurierst du kein Asthma. Aber, Irfan, was, was labern wir eigentlich? Aber über Rat gesprochen, ja? Wenn er sagt, ist Inshallah nicht verboten, dann ist es so, dann ist es so. Was ist nicht was dem geworden? Die Moschee im Wedding ist dicht, glaube ich. Ja, also, wir müssen uns dem Mufti von Berlin natürlich unterwerfen. Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt genau, ich meine, man liest halt ständig von irgendwelchen Hausdurchsuchungen bei ihm, aber er ist nach wie vor aktiv, reist auch so im ganzen Bundesgebiet herum, ja, nach Nordrhein-Westfalen, auch da, nach Braunschweig, ja, hier auch da, wo man auch den Kanal sieht, deutschsprachige, muslimische Gemeinschaft, eingetragener Verein, dort ist er sehr, sehr oft, also er ist nach wie vor aktiv, lässt sich da nicht so beirren, ja, von den ganzen Hausdurchsuchungen, also ich glaube, da hilft auch nur eine Abschiebung in diesem Härtefall. Ja, ich befürchte, der Mann ist deutscher Staatsbürger, aber eigentlich Palästinenser, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder wo kommt der gute Mann her? Ja, ja, staatenlos, also Palästinenser und gilt halt als staatenlos, nirgendwo kann man ihn abschieben und, ja, der wird vorerst hierbleiben. Der wird uns so lange erhalten bleiben, sehr, sehr schön. Darf man den Ehepartner sehen? Eine absolute Wahnsinnsfrage, Titel des Videos, potenziellen Ehepartner sehen, okay, also jetzt haben wir schon ein bisschen mehr erfahren, als da unten im Video steht, den potenziellen Ehepartner, also bevor dann die Hochzeit ansteht, darfst du den zuvor sehen. Und ich meine, dir sagen zu können, ganz klar, das ist Inschallah nicht verboten. Also, weil ich kenne die Geschichten auch von Gelehrten, die dann irgendwelche Anagoten erzählen. Warte, man muss das erklären. Bitte. Ich würde es so noch erklären. Beziehungsweise, es geht darum, was darf man vom zukünftigen Ehepartner, Ehepartner sehen. Ja, so, was an seinem Körper, welche Körperteile. Darf man die Aura sehen? Ich würde es präzisieren. Ja, die darf man nicht sehen. Das ist nicht erworben, das ist verboten, Freunde. Gut, das heißt, also letztendlich, darf ich die Haare sehen? Ganz klar, nein. Darf ich das Gesicht sehen? Boah. Also, das hieß ja, in anderen Worten, wahrscheinlich, darf sie sich mir in einer Burka präsentieren? Oder in einer, wie heißt das andere Ding? Nicht Burka, sondern... Nikab. Nee, nee, nee. Nikab ist ja Kopftuch. Ich meine, schon diese Vollverschleierung. Wie heißt denn das, Irfan? Was gibt es da noch? Es gibt, es gibt... Ach, Hijab, Hijab. Nee, 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 nee. Achso, sorry. Nikab, nein, nein, nein. Du hast richtig gelingt. Ich habe gerade Nikab mit Hijab verwechselt. Du hast vollkommen recht. Du meinst Hijab? Nikab ist direkt. Nein, nein, nein. Du meintest Nikab gerade. Ich habe gedacht... Ist nicht so stimmt. Du hast vollkommen recht gehabt mit Nikab. Deine erste Aussage war schon ein Volltreffer. Darin wird sie sich mir wahrscheinlich dann präsentieren dürfen. Natürlich, aber auch nur in Anwesenheit eines Dritten, ja. Nichts da alleine auf einer Parkmann oder so ein Scheiß. Ja, da muss schon ein Dritter. Ihr Bruder zum Beispiel. Ja, wenn der dabei ist, dann ist das Inschallah nicht verboten. Nehme ich an, ja. Die Umfrage ist ja durch. Wir lösen mal auf. Tayyip. Ich habe, Alhamdulillah, eine Frau gefunden. Und ich will sie sehen. Und viele Brüder haben die Probleme damit. Pass mal auf, Bruder. Wie soll ich meine zukünftige Frau kennenlernen? Du musst sie sehen. Du darfst sie nicht so heiraten. Du musst sie sehen. Tayyip. Erstens, erstens. Du darfst sie sehen, wenn, wenn du hast diese Hoffnung, dass du sie heiraten, wirklich. Und sie will dich auch haben. Durch die Familie. Und dann kommt die Entscheidung, sie zu sehen. Und dann kannst du sie sehen. Und die Gelehrter sagen, du darfst die Gesicht und die Hände. Da gibt es einige Gelehrter, die haben sogar gesagt, du darfst ihre Haare sehen. Aber nicht... Da freut er sich ja. Da muss er kurz recheln. Ey, es ist Allah nicht gütig. Sind die Gelehrten nicht weise, dass sogar einige sagen, die Haare darfst du sehen? Warte kurz. Nicht alleine. Wenn ihr mit Familie in Schale hingeht, werden sie leer. Ey, großartig. Absolut großartig. Wenn ich mit der ganzen Familie hingehe. Ja, es ist doch einfach eine romantische Kultur, möchte ich sagen. Ich habe jetzt blöderweise gerade die Umfrage verpasst. Was kam da raus? Bitte Irfan, du bist dran. Habe ich jetzt nicht gesehen. Wir haben übrigens einen heftigen Gelehrt, glaube ich. Erzähl erst mal. Echt? Da ist Romantik vorprogrammiert. Was ich dich fragen wollte, hast du das eine Video mit WhatsApp, wo Abul Barah sagt, mit WhatsApp-Gruppe darf man schreiben? Darf man mit dem zukünftigen Partner schreiben? Hast du das drin? Das weiß ich nicht. Ich kann mal kurz hier durchgehen, was wir noch so haben. Ich kann mich zumindest nicht dran ändern. Also ich nehme an, das war einer der Links, die... Nein, ist nicht drin. Dann war das einer der Links, die nicht funktioniert haben. Achso, ja. Das war auf jeden Fall auch ein lustiges Video. Das hatte ich gefunden. Da fragt einer, darf man mit seiner zukünftigen Reiben über WhatsApp? Und der sagt... Ich... Halt, 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 halt. Nur wenn der Bruder daneben sitzt oder sowas, ne? Ich meine mich zu Ende. Das ist schon ein etwas älteres Video. Oder wenn der Bruder mit in der Gruppe ist oder sowas. Ja, ja, genau. Genau, ihr Vater oder ihr Bruder in der Gruppe sind. Wunderschön. Wunderschön, Freunde. Da schickt man gern Selfies, wenn der Vater und der Bruder mit in der Gruppe ist. Natürlich. Gut, liebe Mods, los geht's. Über löchrige Socken streichen. Mit Amir in Braunschweig. Auch Amir, kenne ich noch nicht. Mieser Bart auf jeden Fall. Also für den Bart gibt's 10 von 10 möglichen Punkten. Wir haben hier, wie du schon vorhin angekündigt hast, eine altbekannte Frage in abgewandelter Form. Nicht darf ich über meine Ledersocken streichen, sondern diesmal darf ich über löchrige Socken streichen. Was hat's damit grundsätzlich auf sich? Wenn ich mich recht entsinne, dann ist der Witz dahinter der. Es gibt irgendwie eine rituelle Waschung, nach der du dir gemäß Überlieferung Ledersocken überziehen kannst. Also, weil das waren halt damals die Schuhe-Socken, also was anderes gab es nicht. Und die eigentliche Frage, also was damit gemeint ist, ist folgendes. Wenn ich jetzt irgendwie Kleinigkeiten unternehme, die meine Waschung so ein bisschen ungültig machen, ja, reicht es aus, um diese Waschung wieder gültig zu machen, wenn ich mir so ein bisschen über die Ledersocken wische. Ja, um die quasi symbolisch sauber zu machen. Und ich meine, die Antwort damals war ja. Also, bei dieser einen Waschung gibt es eine große und eine kleine, ja. Bei der einen ist es, glaube ich, okay. Ist das so wenigstens korrekt? Ja, also große Waschung ist so die... Bitte einfach jedenfalls. Die große Waschung ist, äh... Was? Einfach erzählen. Wir haben ein... Lassen wir uns jetzt... Zur Belustigung des Publikums einmal kurz einen Test machen, bevor du von der großen Waschung erzählst, ja. Ich würde gerne mal das mit dir zusammen zählen, Irrfan. Ich sage einfach eins, du sagst zwei, ich sage drei, du sagst vier, ja. Eins. Okay. Zwei. Drei. Vier. Alter, du merkst, wie heftig diese Verzögerung ist, ja. Aber woher auf einmal? Also, bei mir ist alles stabil. Nee, das war, glaube ich, von Anfang an so. Aber ist nicht tragisch. Wir kommen ja weitestgehend klar. Irrfan, die große Waschung. Bitte erzähl uns von der großen Waschung. Ja, also große Waschung, ähm, da gibt es dieses Sockenthema ist bei der großen Waschung kein, äh, kein Thema. Bei der kleinen Waschung, ähm, ja, da geht es darum, dass man einfach diesen, diesen Teil mit Füße waschen überspringt, indem man symbolisch über die Socken streicht. Und jetzt ist die Frage, was, wenn diese Socken löchrig sind? Reicht es dann auch, wenn man einfach symbolisch überspringt? Das ist jetzt die Frage. Also, die Zuschauer sagen, zu 78 Prozent ist das nicht erlaubt. Und ich würde mich anschließen mit der Begründung, dass es eine Frechheit ist, Allah mit löchrigen Socken vor die Augen zu treten. Also, wenn du dir keine Socken leisten kannst, dann ist das ja okay. Dann wasche halt deine nackten Füße und habe dann halt nackte Füße. Aber löchrige Socken könnte ein bisschen frech daherkommen. Wäre jetzt meine Vermutung, ja, also ich vermute, es ist verboten. Ich löse mal auf. Darf man über Socken streichen, die Lösche haben? Das ist kein Problem. Oh, scheiße, Alter. Okay, okay. Über Socken streichen, die Löscher haben. Und die meisten Socken der Sahaba hatten auch Löscher. Ja, und trotzdem haben sie rüber gestrichen. Das heißt, wenn Socken Löscher haben, aber die anderen Bedingungen erfüllen, darf man trotzdem rüber streichen. Großartig, großartig. Gut, die Sahaba waren die Gefährten Mohammeds, richtig? Also quasi die Urmuslime. Ja, wenn die das schon so vorgelebt haben, also dann ist ja alles richtig, ja? Ja, die Gefährten, die ihn selbst erlebt haben quasi, ja. Ja. Gut, dann haben wir den Mann hier, der ist mir auch noch bestens bekannt von meinen alten Idioten-Watch-Zeiten. Da hat er mal erläutert, das ist mittlerweile fünf, sechs Jahre her, diese Erklärung, dass, da wurde ja gefragt, ob es stimmt, dass Kamelpisse irgendwelche Krankheiten heilen würde. Und dann hat er gesagt, ja, gemäß der Überlieferung, bla 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 bla, wenn man Kamelurin und Kamelstutenmilch, das war ganz wichtig zu betonen, ja? Kann ja auch sein, dass du die Milch von einem Bock nimmst. Nee, nee, es muss schon die von einer Stute sein. Wenn man das mischt, dann hat das heilende Kräfte. Ja, daher ist dieser Mann hier bekannt. Der, war der nicht Tschetschen oder sowas? Der war auf jeden Fall irgendwas Exotisches in diesen Kreisen, wenn ich mich recht entsinne. Nee, nee. Nee, nee, der ist Syrer. Syrer ist der. Ah, okay, okay, wow. Wow, schön, ja, guter Mann, bestens integriert. Die Frage lautet, Karneval, zuschauen okay mit Sheikh Abul Hussein in Braunschweig. Also, ich meine ganz klar, die Antwort muss lauten, nein, nicht okay. Einfach, weil du wirst dort zwangsläufig nur leicht bekleidete Damen sehen und, also, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Zuschauern, wenn da jetzt nicht 98 Prozent rauskommt, haram. Ja, wir können ja falsch liegen mit unserer Einschätzung, aber das sollte doch zumindest jeder erwarten, dass das also verboten des Todes ist, ja, weil du darfst dir sowas gar nicht reinziehen. Die Frage wäre, dürfte ich mir in Karneval reinziehen? Nee, wahrscheinlich dürftest du dir nicht mal in Karneval reinziehen, wo ausschließlich Damen im Niqab auftreten, einfach weil die stellen sich ja dann trotzdem irgendwie zur Schau, wie auf einem schlechten Bazar oder so. Also, selbst das sollte meiner Meinung nach eigentlich verboten sein. Von daher ist ein normaler deutscher Karneval also 10.000 Mal verboten, ja. Ja, gut, wir lösen auf. Darf man beim Karneval, äh, was, ich weiß nicht was, wenn die nie hier ist, dass man die Kinder glücklich macht? Ah, zuschauen, darf man Karneval zuschauen? Nein. Warum willst du Karneval? Schade, ich dachte, er fasst sich kurz, egal, wir hören noch die Ausführung. Warum willst du Karneval zuschauen? Ich meine, es gibt doch Zoo, oder? Wenn du unbedingt in den Zoo gehst, dann gehst du in den Zoo. Warum Karneval? Wenn die Frau, ich meine, auch Zoo, wenn man in den Zoo geht, dann sind die Kinder glücklich. Aber lieber in den Zoo, glaub mir, dann sind sie glücklicher. Die sind echte Löwen, echte Tiger, echte Schafe, echte Ziege, echte. Ja, gut, das war einfach. Aber ich bin ein bisschen schockiert, nur 85 Prozent der Zuschauer haben gesagt, Haram. Irfan, du hast das Wort. Karneval, ja. Ja, ja, manche haben halt gedacht, das ist Parneval, Haral, haben sich getäuscht. Ist der Mann mittlerweile Deutscher? Wissen wir nicht, ne? Dieser Mann hat vier Frauen, unter anderem eine zum Islam konvertierte Deutsche. Und ja, doch, der müsste Deutscher sein. Weil er ist schon, also er ist nicht so ein Syrer, der seit 2015 irgendwie im Land ist, sondern er ist schon so in den 90ern als arabischer Student nach Leipzig gekommen und ist einer der wenigen, die sich halt da so vor allem im Osten aufhalten und dort aktiv sind. Und ja, also er ist ziemlich sicher mittlerweile deutscher Staatsbürger, allein schon durch hier heiratet mit einer Deutschen und Kinder und so weiter. Ist vielleicht ein guter Ansatz, die Praxis alleine schon hier Austauschstudenten aus dem arabischen Raum zu akzeptieren, zu überdenken. Also wenn unter Zehntausenden dann einer dabei ist, der am Ende so eine große Nummer wird und den Leuten derartig ins Hirn scheißt, dann würde ich ja persönlich sagen, besser nicht. Ich meine, an welche Regeln willst du das sonst knüpfen? Du kannst ja, was, wenn du sagst, die Regeln sind hart, nach Ende deines Studiums gehst du nach Hause, gehst du, sagen wir mal, zumindest erst mal nach Hause, ich denke, das wäre fair, egal was. Du bist der talentierteste Raketenphysiker des Jahrgangs gewesen, du gehst erst mal nach Hause und dann gucken wir. Und wenn du dann eine Anstellung findest bei Siemens Allertal, dann kannst du wieder herkommen. So, aber was machst du jetzt zu einem? Bei dem rauskommend, der hat in der Zwischenzeit ein Kind gezeugt, mit der Deutschen, und dann hat die halt ein Kind von ihm. So, dann musst du jetzt langsam sagen, naja gut, also der Vater, also da stimme ich ja durchaus zu, ja, dass ein Vater für die Entwicklung eines Kindes sehr, sehr wichtig ist. Ja, von daher sollte er dann im Land bleiben. Ja, deshalb nochmal, meine Frage gerade, ob wir nicht selbst von solchen Austauschprogrammen grundsätzlich absehen sollten, wenn das hier dann das Ergebnis ist? Ja, ich meine, Austauschprogramm, das kann man ja genauso gestalten, dass es nicht zu solchen Fällen kommt, wie bei dem. Ich meine, Austauschprogramm heißt ja auch irgendwann, dass diese Leute wieder gehen. Ja, oder das kann man ja fest, ja, das kann man ja regeln. Aber übrigens, bei ihm muss man echt sagen, er ist mittlerweile schon eine Fachkraft geworden. Er ist tatsächlich Arzt. Und jetzt meine Frage. Echt, ja? Sag dir mal, was für ein Arzt der ist, ja. Na, wenn du mich so fragst, also kein Gynäkologe nehme ich an. Der wird. Du wirst niemals drauf kommen. Chirurg wird er auch nicht sein. Zahnarzt. Ja, genau, Schönheitschirurg. Nein. Nein, kein Zahnarzt. Weiter. Internist wäre wahrscheinlich zu einfach. Das ist quasi jeder Arzt. Hausarzt. Boah, Hausarzt wäre natürlich, glaube ich, auch die meisten Hausärzte und Internisten. Aber Hausarzt würde passen. Der empfängt dann halt vor allem, ja, verschleite Frauen und hilft da mal aus, wenn der Schuh irgendwo juckt oder sowas. Aber Hausarzt ist wahrscheinlich keine Kategorie, in der du gerade denkst, ne? Du willst wirklich eine Fachrichtung von mir hören? Nein. Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Nein. Also ich löse auf. Er ist ein Tierarzt spezialisiert. Komm, Pferde. Okay. Okay, alles klar. Also er hat offensichtlich Veterinärmedizin studiert. Das muss man dann in Deutschland machen? Ne, ist egal. Also normalerweise hätte ich ja gar kein Problem mit Austauschstudenten. Ja, ich sehe das so ein bisschen kritisch, wenn dann am Ende halt, wie gesagt, sowas bei rauskommt und er uns hier, unsere Jugend, ja, unserer Jugend ist so ein Scheiß. Äh, aber gut. Äh, aber gut. Nochmal, gerade jetzt, wo du mir offenbarst, dass er Tierarzt ist, der Mann hat vor wenigen Jahren, und ich nehme an, das tut er weiterhin, dafür plädiert, im Falle bestimmter Erkrankungen, ähm, Kamelpisse und Kamelmilch zu mischen und dann zu, äh, sich einzuverleiben. Denn, äh, das hilft, ja, sehr, sehr schön. Da spricht, da spricht der Fachmann, ja, da spricht ganz klar der Fachmann hier. Ja, ja, schau, die Sache ist halt, überleg mal, der ist als Student gekommen, ist hier geblieben, hat mehrere Frauen geheiratet, hat hier Kinder, ey, der wird schon Ewigkeiten vom sächsischen Verfassungsschutz beobachtet, so viel Gelder, die da geflossen sind, ja, den zu beobachten, dann gab es auch Ermittlungsverfahren, Hausdurchsuchungen, ja. Aber er wurde ja eine Zeit lang echt auch so ein bisschen rufiert von den Mainstream-Medien, der, der war zum Beispiel mal bei Maischberger und bei, in anderen Mainstream-Talkshows war der, war der, Hassan Dabach heißt der in echt, also Abul Hussein ist so sein islamischer Name, ja, also der war wirklich präsent in den Mainstream-Medien, ja, der wurde nicht boykottiert damals. Der heißt Dabach, also ein deutscher Nachname, dann ist er sowieso durch, ja, alles klar, alles klar. Nein, nein, Dabach, B-A-B-B-A-G-H. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, sehr schön, ich frag mich gerade, ich hab gerade den Typen hier gesehen im Hintergrund und gesehen, dass seine Brillengläser nachträglich verschwommen gemacht wurden. Ich nehme an, weil man in der Reflexion irgendwas gesehen hat, was man nicht sehen soll. Dann hab ich mich wiederum gefragt, wir haben doch gelernt, dass das Anfertigen von Bildern, ich nehme an, auch das Zeigen von Bildern, von Menschen, dass das eigentlich total verboten ist. Wie ist es möglich, dass Abdul Alim Hamza im Hintergrund das Bild eines Menschen einblendet? Erst einmal, es ist nicht sein Kanal, der Kanal wird ja hier von dieser Islamisten-Moschee, die auch übrigens vom Niedersächsischen, die machen ja diese Videos und also Bilder zeichnen ist verboten, also menschliche Lebewesen oder auch Tiere zeichnen ist verboten, aber so digital und so weiter, das fällt so laut den islamischen Rechtsgelehrten nicht runter. Das verwundert mich so ein bisschen, weil ich meine mich zu erinnern, dass auch Puppen, die halt menschenähnlich sehen, für Kleinkinder erlaubt sind, aber für ältere Kinder dann schon nicht mehr und zwar, weil sie halt den Menschen ähneln. Oder verwechsel ich da was? Puppen, ja, Puppen ist auch wieder so eine Sache, so keine Ahnung, gibt es verschiedene Meinungen und so richtig, so mit Logik kommt man da nicht so vor dann, so wirklich, wenn man das so logisch nachvollziehen will, äh, wird das ein bisschen schwieriger. Offensichtlich. Gut, jetzt erfahren wir, ob Beatboxen halal ist. Freunde, liebe Motz, haut mal raus und los geht's. Nee, halt, erst dann muss ich einschätzen. Also meine Vermutung wäre die, also dadurch, dass ja, du darfst ja musizieren, aber nicht mit Instrumenten, also wenn du mit deinem Mund musizierst, sprich singst, dann ist das ja offensichtlich in Ordnung, sonst hätten wir, äh, so geile Hits wie, äh, Saloum den Salari, Werderum den Salari, Werderum den Salari, Werderum den Salari und so weiter gar nicht bekommen. Es, also das ist halal. Ist es, wenn ich, okay, beim Beatboxen wiederum, ich meine, diese Lieder, wie heißt sie nochmal, Naschid, 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 genau. Naschid, ich meine, die könnten möglicherweise auch erlaubt sein, weil sie ja einen religiösen Kontext haben. Und das hat Beatboxen auf gar keinen Fall. Du kannst ja nicht religiös Beatboxen. Von daher sage ich dann jetzt mal, doch ist verboten. Weil singen ja ohne Instrumente, aber der Gesang muss eine religiöse Komponente haben und das hat Beatboxen eben nicht. Von daher sage ich verboten, strengstens verboten. Warum darf man nicht Beatboxen? Ich habe kein Wissen über Beatboxen. Ich weiß, dass es mit dem Mund ist. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht die Fettworte der Gelehrten, aber ich kenne keinen Gelehrten, der irgendwie in dieser Hinsicht etwas gesagt oder geschrieben hat. Aber an sich sind das Laute aus dem Mund, ohne Melodie, aber es ist auch eine Nachrahmung. Ich habe es verkackt. Die Fettworte der Nicht-Muslime und es gehört sich nicht für einen Muslim zu Beatboxen. Wenn es Vertauer der Gelehrten gibt, die etwas anderes besagen, ich ziehe meine Worte zurück. Ansonsten kenne ich diesbezüglich keine Fettworte oder keine Meinung eines Gelehrten. Wallaheim. Okay, ja sympathisch, oder? Also das zeigt einmal mehr das Problem, was wir auch gesellschaftlich haben. Dass das, was er dort als Problem anführt, wieso es dann doch verboten ist, ist halt, dass man dadurch die Ungläubige nachahmt. Weil die das halt erfunden haben und deswegen ist es verboten. Und mit diesen Leuten sollen wir gemeinschaftlich zusammenleben und dann kommt es da nicht irgendwie zu Reibereien oder so. Ja, wenn es für sie ein Problem ist, uns nachzuahmen. Wo hat denn der eigentlich sein Jackett her, der Idiot? Also mich würde es wundern, wenn das Jackett eine arabische Erfindung gewesen wäre. Bitte. Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt da, nämlich die Nachahmung der Ungläubigen im Islam ist halt einer der schwerwiegendsten Sünden. Und wenn du jetzt so überlegst, wie wäre dann Integration oder Assimilation möglich? Denn Integration ist ja nichts anderes außer Nachahmen der hiesigen einheimischen Kultur, Tradition und so weiter. Dass du sagst, hier, das gefällt mir, ich will auch so leben. So in der Art, jetzt nicht in allen Details, aber halt so grundsätzlich. Und das ist halt grundsätzlich verboten. Das zeigt sich halt auch bei so lächerlichen Fragen hier wie mit der Beatbox, wo er sagt, ja, es gibt keine Beweise, es ist jetzt nicht verboten, weil es sind nur Musikinstrumente verboten und nicht jetzt irgendwie Melodien mit dem Mund. Aber es ist halt nicht so gern gesehen, weil es ist halt eher so eine Praxis der Nichtmuslime und wir müssen uns von ihnen absondern, dürfen sie nicht nachahmen, das verboten. und deswegen lieber drauf verzichten. Ein kurzer Überraschungsangriff. Ich will hier nur den Leuten den Tag versauen, falls sie hier zugucken und erhoffen, irgendwas zu sehen, was sie dann zur Einzeige bringen können. Ja, Irfan, du hast es so gut ausgedrückt, ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Also das macht Integration, geschweige denn Assimilation, unmöglich. Absolut unmöglich. Ja, von daher, er wäre hier auch ein Kandidat für das Borkum-Programm. Wenn er nicht nach Hause geschickt werden kann. Gut, nächste Frage. Bin schon. Die Aura vom Mann mit Amir in Braunschweig. Ja, ich bin nur ein kleiner Islamgelehrter, aber immerhin der bin ich. Also die Aura bedeutet ja nicht die Körperform. Also gemäß dessen, was die großen Gelehrten gesagt haben, was überliefert wurde, muss ja auch ein Gewand der Frau, muss ja auch derartig beschaffen sein, dass die Körperform, die Aura, nicht zu erkennen ist. Also es hilft nicht, du giltst nicht als verschleiert, wenn du zwar einen Schleier trägst, der aber deine Körperformen betont, also an quasi jeder Stelle eng anliegt, dann wäre das natürlich nicht wie vorgesehen. Von daher ist dann dieser Schleier auch nichts, was Gott begrüßen würde. Jetzt geht es aber um die Aura vom Mann. Das ist die Frage, ich kenne natürlich den Ende der Frage nicht. Also hat der Mann eine Aura? Die Antwort leutet ja. Darf ich die in der Öffentlichkeit zeigen? Ja, also nach meinem Verständnis, ja. Ein Mann darf eine enge Jeans tragen. Ich glaube nicht, dass es dazu Überlieferungen gibt, ob, wenn die so eng wäre, dass vorne die Eier abgeklemmt werden und sie halt offensichtlich zu sehen sind, dass das ein Problem ist. Ich glaube nicht, also Inschallah ist das nicht verboten. Also von daher, wie gesagt, weiß ich nicht noch, was die Frage ist, aber ich nehme an, die Antwort lautet, nee, der Mann kann machen, gar kein Problem. Aura vom Mann sehen, nicht sehen, alles vollkommen egal. Eine Umfrage brauchen wir noch vorhin. Ja, also hier geht es ja, genau, es geht um das zu präzisieren, den Intim- und Charmbereich vom Mann. Was fällt da drunter und was darf man sehen? Und das, was du gesagt hast, also das halten wir hier fest. Kaspar sagt, mein Mann darf enge Jeans tragen und so, dass die Aura sichtbar ist. Da bin ich jetzt gespannt auf die Antwort. Ja, also hätte ich tatsächlich gedacht, es sei denn, er kommt mir jetzt hier wieder um zwei Ecken mit, das ist ein Nachahmen der Ungläubigen, dann ist das natürlich verboten. Ja, aber ich glaube, an sich, das ist tatsächlich mal eine interessante Frage, ja, gibt es dazu etwas von den Gelehrten, die da sagen, nee, die Eier in aller Öffentlichkeit abklemmen darfst du dir nicht, ja. Darfst du deinen Pimmel raushängen lassen? Ich denke nicht. Also ich denke, der Mann muss schon verschleiert sein, also nicht verschleiert, aber nicht nackt drum laufen, ja. Aber darf der figurbetonte Kleidung tragen? Ich nehme an, ja. Wir lösen auf. Ist der Rücken Aura. Die Aura vom Mann ist... Der Rücken, der Rücken, okay. Die Aura vom Mann ist vom Bauchnabel bis zum Knie und der Bauchnabel und das Knie selbst gehören nicht zur Aura. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Also, äh, gut, das heißt... Rücken? Ja, also... Steht doch nirgendwo mit dem Rücken. Warte mal. Ist der Rücken Aura. Die Aura vom Mann... Es ist der Rücken Aura. Gut, die Frage habe ich nicht kommen sehen. Aber, aber gut, ich meine, du hast uns letztendlich folgendes Geschenk mitgebracht. Wir haben jetzt erfahren, dass auch der Mann über eine Aura verfügt. Sprich, ich darf mir nicht an der Öffentlichkeit die Eier abklemmen mit meiner Jeans. Ja, weil vom Bauchnabel bis zum Knie, dann darf ich das nicht zeigen. Ist das so korrekt wie der Geben? Ja, eh nicht. Und auch nicht irgendwie enge Jeans oder sowas. Ja, und auch nicht irgendwie so enge Jeans oder sowas, das was sichtbar ist. Aber die Frage ist ja auch so komisch, die, ich meine, Rücken. Ja, wenn du jetzt mit Bauchnabel bis Knie dann der untere Teil des Rücken, ja, dann wieder schon zum Schambereich, also... Ja, es sei denn, wir sagen, es ist nur die Vorderseite, ne? Sag mal, was ist eigentlich Amir für eine arme Wurst, dass der nicht einen Titel trägt wie Scheich oder sowas? Wieso ist das denn einfach nur Amir? Oder ist das dasselbe, den wir schon mal hatten? Also Kasper, es gilt natürlich nicht nur für die Vorderseite, weil das würde ja bedeuten, dass man seinen Arsch herzeigen darf, wenn das jetzt nur für die Vorderseite gilt. Okay, ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Wie dieses Fetisch-Outfit aus irgendwelchen Clubs, der wohnt, der Arsch einfach komplett frei ist, du hast rosan, aber der Arsch ist halt ausgeschnitten. Das ist Inschallah nicht verboten. Ja, und weil der kein Scheich ist, ja, anscheinend ist er trotz seines prächtigen Bates noch kein Scheich, noch ein Schüler, ja, so ein Nachwuchsscheich ist das anscheinend. Wie werde ich denn Scheich? Also ich erinnere mich, dass Al-Baghdadi, der ist ja nicht mit dem Namen Al-Baghdadi geboren, der ehemalige Oberboss, Obermufti des Islamischen Staates, der ist ja nicht mit dem Namen Al-Baghdadi geboren, diesen Namen durfte er führen, weil er in Bagdad an irgendeiner angesehenen Universität, ja, so eine Art Doktortitel erworben hat, bezüglich religiöser Lehren, ja, darum durfte er diesen Titel führen, also das scheint ein recht hoher Titel zu sein. Wie wird man denn Scheich, also, Al-Baghdadi darfst du dich nennen, wenn du in Bagdad einen Doktortitel erworben hast, wann darf man sich Scheich nennen? Wer vergibt diesen Titel? Also die Frage geht an dich, irgendwann. An wen sonst? Ja, also Bagdadi hat, Bagdadi hat, äh, islamische Theologie, oder ein Doktor in islamischer Theologie, ähm, quasi, wie sagt man, ja, und, ja, man muss halt einfach, ich meine, das ist unterschiedlich, manche nutzen diesen Titel Scheich auch nur so als Lehrer, ja, so Lehrermäßig, aber ansonsten gilt das für jemanden, der halt als islamische Autorität gilt, also entweder in irgendeiner bekannten Universität fertig studiert hat, oder halt ewig lang so bei Gelehrten und sowas studiert hat, also der halt irgendwie einen Abschluss hat, äh, in irgendeiner Form, der kann sich dann so nennen, aber die meisten in Deutschland haben das nicht, zum Beispiel jetzt Scheich Ibrahim, ja, also in so in Islamistenkreisen lacht man ihn aber auch manchmal so aus, weil man denkt so, ey, was für ein Scheich und so, der Kleine, der ist ja noch voll jung und was weiß ich was, der ist überhaupt kein Scheich und so, solche Abolusein nicht, ja, der Adabach, ja, der ist schon eine Autorität, so, den kennt man schon, ja, der ist schon anerkannt, aber Abolbara, ja, halb geht's. Den habe ich übrigens auch noch nie gesehen, also zumindest damals, ich habe mich ja damit jetzt schon lange Zeit nicht mehr beschäftigt, dass er irgendwie vorgestellt wird als Scheich Abolbara oder so, der heißt eigentlich immer nur Abolbara, ne? Nach meinem Kenntnisstand zumindest, ja, hier haben wir dann übrigens wieder den Scheich Ibrahim, aber ohne, ohne Scheich diesmal, und die Frage lautet, Polizistin mit Hijab werden, Ratsa, das ist eine gute Frage, ich meine mich zu erinnern, dass du dich mit dem Staatswesen eines Landes, welches zum sogenannten Land des Kriegs gehört, wie heißt das auf Arabisch? Es gibt ja befriedete Länder und Länder des Kriegs, und also je nachdem, sind das islamische Länder, und zwar in deinem Sinne islamisch oder eben nicht, ja, und Deutschland wäre ein Land, was zum Land des Kriegs, Irfan, wie heißt das auf Arabisch? Irfan, bist du rausgeflogen? Irfan, Irfan? Jetzt, jetzt, jetzt. Land des Kriegs. Ich weiß, was war. Wie heißt das nochmal auf Arabisch? Dar al-harp, ja. Ah, genau, 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 danke schön. Ich meine, mich zu erinnern, dass du dich mit dem Staatswesen in einem Land, welches als Dar al-harp gilt, nicht gemein machen darfst. Also, du dürftest hier, glaube ich, auch kein Beamter oder Politiker werden oder so. Das wäre erst dann möglich, wenn das ein islamisches Land geworden ist, und zwar nach deinem Sinne, dann darfst du dich natürlich auch am Staatswesen beteiligen. Ansonsten nicht glaube ich, glaube ich zumindest. Ansonsten nicht glaube ich zumindest. Von daher, ich nehme an, die Antwort lautet nein. Wir lösen mal auf. Ich möchte Polizistin werden, aber seh nämlich auch danach, meinem Glauben näher zu kommen, indem ich den Hijab trage. Hast du einen Rat für mich? Ich rate dir, Hijab zu tragen und nicht Polizistin zu werden. Und wie der Prophet a.s.w. sagte, wenn man eine Sache für Allah oder aus Furcht vor Allah lässt, dann wird Allah a.s.w. eine bessere Sache geben. Ja, ein bisschen schade, dass er das nicht weiter ausführt, ne? Also, das hätte ich ganz gerne gewusst, warum denn jetzt nicht, ne? Aber gut, die Zuschauer übrigens auch, 89 Prozent, mehr als bei der Frage vorhin, ja, sagen nein. Also, nein ist nicht in Ordnung. Polizisten mit Hijab werden, er ist nicht ratsam. Wenn du so nichts zu sagen hast, bitte. Ja, er bleibt halt immer so an der Oberfläche und will dann... Hörst du mich? Ich höre dich. Du hast das Wort. Hey, ich höre jetzt... Achso, okay. Ja, er bleibt halt immer so an der Oberfläche, aber er weiß natürlich auch, dass er jetzt nicht alles jetzt ausführlich, detailliert erklären darf, warum es verboten ist. Ja, dass er halt dann Probleme mit dem Staat bekommt und so weiter. Und deswegen bleibt er so immer so an der Oberfläche. Ja, meine, du hast es auch mit Leuten zu tun, die eine verringerte Aufmerksamkeitsspanne haben. Zum einen ist das ja Content, der wahrscheinlich für so Formate wie TikTok, also schnelllebig, zack, 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 eine Frage nach der anderen. Und zum anderen ist wahrscheinlich auch die Frage berichtigt, ob bei dem Publikum, was er hat, es dort nicht überfordern würde oder es einfach irrelevant wäre, warum jetzt genau? Wenn er sagt, nein, dann reicht das schon aus. Ja, ich denke, bei so einem Content ist denen halt wichtig, Leute zu erreichen, die man bislang nicht hat. Und dann führt man die ein in die tieferen Sachen. Das ist jetzt nur so, um so ein Desinteresse zu wecken und sowas. Und dann schaut man sich die längeren Predigten an und dann liest man sich auch mal Bücher durch und solche Sachen. Also das gilt jetzt nur so für die Masse, um die Masse irgendwie einzufangen. Verstehe. Alles klar. Nächste Frage, liebe Motz. Kickboxen okay mit Abdul Alim Hamza in Braunschweig. Also ich nehme an, die Frage richtet sich jetzt nicht an Frauen. Also dürfen Frauen Kickboxen betreiben? Obwohl, auch das wäre meiner Meinung nach in Ordnung, sofern das exklusive Frauengruppen sind. Darf ein Mann Kickboxen im Verein? Ich denke, es ist inshallah nicht verboten. Darf er bei Kämpfen auftreten und so? Ich meine, mich zu erinnern, mal sowas ähnliches vernommen zu haben. Kann sein, dass es damals um Boxen ging, bin ich mir ganz sicher. Dass allein schon diese Kleidung, wir hatten das ja vorhin mit der Aura, die geht bis zum Knie, vom Bauchnabel bis zum Knie. Die Outfits. Gut, beim Kickboxing, beim klassischen American Kickboxing hast du lange Hosen an. Das wäre wahrscheinlich in Ordnung, wenn du auch noch ein T-Shirt trägst, weil das ist ja zumindest der Bauchnabel zu sehen. Ich nehme an, er wird es auf die Kleidung schieben. Also, wenn du deine Aura bedeckst, dann wirst du als Mann Kickboxen dürfen, wahrscheinlich auch an offiziellen Kämpfen und so teilnehmen können, wo hunderte Leute dir zugucken. Als Frau, ja, aber nur in einem geschlossenen Raum, ohne Fenster oder zumindest nur mit Milchglas und in exklusiven Frauengruppen halt. Nehme ich zumindest an. Wir klären auf, das geht ganz, ganz schnell, zwölf Sekunden. Darf man Kickboxen machen? Trainieren? Ja, ausüben? Müssen wir ehrlich sein? Nein. Darfst niemanden verletzen, auch dich nicht selbst in Gefahr bringen? Ah, komm Alter, komm Alter. Also, da halte ich dagegen. Also, da würde ich eine Wette halten, das ist absoluter Bullshit, ja. Was ist denn, wenn, wie es häufig vorkommt, mir Nazis vor der Tür auflauern und mich kaputt schlagen wollen? Nein. Dann werde ich dir wohl zusammentreten dürfen, oder nicht? Ja, klar. Und ich weiß nicht, das ist halt so eine Sache hier mit diesem ins Gesicht schlagen. Es gibt zwar so ein Hadith, man darf nicht ins Gesicht schlagen, aber ich denke, das gilt eher so untereinander, dass man sich unter Brüdern nicht ins Gesicht schlägt. Denn wo ist die Logik? Du darfst Leuten den Kopf abschleiden, aber du darfst sie nicht ins Gesicht schlagen. Also, weiß ich nicht. Alles klar. Also, das halte ich für unglaubwürdig, ja. Also, Abdul Alim Hamza, der ist bei mir auf jeden Fall unten durch, ja. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu Dingern, die ich noch rausgesucht habe, lieber Irfan. Die kennst du selber nicht. Übrigens, Live-Chat sagt gerade 80% Halal. Die haben im Gegensatz zu mir richtig gelegen, ja. Ich bin stolz auf euch, liebe Zuschauer. Ich habe jetzt noch vier Dinger, glaube ich. Das sind alles die übelsten Quickies. Ich glaube, alle von Sheikh Ibrahim. Und, ja, das sind also die typischen TikTok-Fragen. Ja, 458 fragt hier, assalamu alaikum achi, ist es im Islam erlaubt, sein Geld mit Fußball zu verdienen? Ich meine, was wird Sheikh Ibrahim sagen? Ich glaube, er ist ein Hardliner. Ich vermute, seine Antwort lautet nein. Wenn ich jetzt einen anderen Gelehrten frage, ist möglicherweise Kleidung das Problem? Weißt du, du darfst ja, du darfst ja wohl in der Öffentlichkeit sportlich betätigen, als Mann, wohlgemerkt. Ja, von daher, also ich vermute fast selbst, Sheikh Ibrahim wird zum Ergebnis kommen, ja. Aber ist nicht drahtsam. Ich bin gespannt. Ich sage mal, ja. Ja darf man. Assalamu alaikum achi. Ist es im Islam erlaubt, sein Geld mit Fußball zu verdienen? Das ist nicht verboten, wenn man ein Fußballprofi ist und damit sein Geld verdient. Assalamu alaikum achi. Das war schon einfach. Da haben wir, oh, 66% vom Live-Chat sagten ja. Da haben zumindest die meisten noch richtig gelegen, ja. Gut. Keine große Überraschung. Irfan, den nächsten darfst du raten, ja. Obwohl, da will ich auch was zu sagen. Aber Irfan, du darfst als Erster, ja. Ibrahim al-Asasi, obwohl ich da Sheikh Ibrahim sehe, aber komm, ist scheißegal. Darf man, bitte? Das ist ein voller Name. Ah, ich verstehe. Ibrahim ist dann offensichtlich der Vorname. Verstehe, verstehe. Darf man Christen als Freunde haben? Irfan, du gerne zuerst. Ähm, ja, darf man... Ja, also Christen als Freunde darf man ganz klar nicht haben. Ja, man kann vielleicht mit Christen arbeiten oder irgendwie so oberflächlichen Kontakt, aber so als enge Freunde oder das, was man unter Freundschaft versteht, ganz klar nicht. Also da gibt es so viele Verse, er nehmt die unter sich nicht zum Schutzherrn. Nehmt sie euch nicht zum Freund oder so ähnlich, ne? Unter Schutzherrn. Oder nehmt sie euch nicht zu Freundin oder sowas und das gilt für Christen und Juden. Ja. Ja. Ich erinnere mich auch noch, das war Abu Barah damals, der sich zu Weihnachtsgeschenken äußert. Ich glaube sogar zu Weihnachtsgeschenken und Weihnachtsgeld. Das war ganz interessant. Weihnachtsgeschenke darfst du nicht annehmen, weil, das ist halt übrigens mal so eine Aussage, die für mich logisch konsequent ist und nachvollziehbar. Ja, du darfst Weihnachtsgeschenke nicht annehmen. Begründung, weil du dadurch denjenigen, der sich beschenkt in seinem Irrglauben, dass es sowas wie Weihnachten gäbe und das Christentum und so, bestärkst. Ja, von daher ist die Antwort nein. Darfst du Weihnachtsgeld annehmen, wenn dein Arbeitgeber dir das sagt? Ja, das darfst dann wiederum. Also manchmal dann nicht ganz so konsequent meiner Meinung nach. Ja, aber ich denke, die, also wirklich jetzt unter uns beiden Irrfern, korrekte Antwort lautet nein. Ja, Christen als jetzt wirklich ernsthafte Freunde, nicht hier mein Nachbar, dem ich nett Hallo sage, wenn ich ihn im Hausschuss treffe oder bei dem ich alle zwei Jahre mal beim Grillen bin, wenn er wohlgemerkt vegan ist, dann grillt, weil Halal wird es wohl nicht sein. Ja, ich vermute fast, du darfst auch mal zu den Nachbarn zum Grillen oder sowas, aber eine wirkliche Freundschaft. Man sitzt regelmäßig zusammen und unterhält sich. Ich glaube, der Antwort ist nein. Jetzt die Frage, hat Sheikh Ibrahim die Eier, diese unverschämte Wahrheit auszusprechen vor laufender Kamera? Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, der Mann hat Eier. Ich wundere mich, ich wundere mich über die Abstimmung, dass 66 Prozent denken, dass man es darf. Äh, nee, 88, äh, 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 war kurz, äh, genau, 88 Prozent hier ganz oben, siehst du das? Ist leider nicht so gut zu erkennt für dich. Achso, ah, nee, 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 ich hatte, ich hatte, so, Gott, ja, ich habe schon gedacht, weil ich habe gestoppt und das, ne, 66, das sind ja ganz letzte, letzte oder vorletzte Frage. Also die allermeisten sagen nein, los geht's. Listen Up Fuck fragt, darf ich Christen als Freunde haben? Als Freunde im Sinne von Kollegen? Also, ey, sorry, erstmal ganz kurz, witzig finde ich Listen Up Fuck. Der Typ heißt Listen Up You Fuck, aber das noch am Rande, aber schön, dass sich auch Leute, äh, mit so einem Namen dann, äh, vorlesen und ernst nehmen. Fuck fragt, darf ich Christen als Freunde haben? Als Freunde im Sinne von Kollegen, im Sinne von, die gut behandeln, im Sinne von denen, mit denen Sport machen oder Dawa machen und ähnliches, das ist kein Problem. Dawa machen? Ich darf mit, ich darf mit Christen Dawa machen? Also, was, was ist Dawa? Dawa ist Street Game, ja, oder, obwohl das wäre Street Dawa, also Dawa ist, Leute von deinem Glauben zu überzeugen, ja, vom islamischen Glauben, wohlgemerkt? Bitte, Irfan. Ja, er meint halt so in der Art, ja, so teienhalber darfst du schon mit denen Kontakt haben und so weiter, dich so von der besten Seite zeigen, um sie zum Islam quasi, also um sie zu missionieren und vom Islam zu überzeugen. Verstehe, verstehe, ja. Genau. Das ist kein Problem. Ja, genau. Aber als nahen, richtigen Freund nehmen, das ist dann nicht erlaubt. Okay, also da habt ihr es, Freunde. Ja, und dann erzählt mir nochmal was von, von Integration, gerade von, von diesen Leuten, ja. Mit diesen Leuten sollen wir zusammenleben, ja, und zwar auf die nächsten Hunderte von Jahre, äh, gesehen. Es ist übel, alles da, Irfan. Ja. Warum lebst du in Deutschland nicht in Saudi-Arabien? Fragt Mohamed Koyunju. Warum lebst du in Deutschland nicht in einem islamischen Land? Um genau zu sein, lautet die Frage, äh, gut, da übrigens, liebe Motz, könnt ihr nichts einblenden, ist ja keine geschlossene Frage, wie wir gelernt haben, das ist eine offene Frage. Ähm, Irfan, kannst du frühestylen? Was, was wird der sagen? Ich weiß noch nicht in einem islamischen Land, ähm, was wird der sagen? Boah, warte mal, was wird der sagen? Äh, ja, entweder, ich glaube so, es gibt kein islamisches Land, es gibt kein islamisch regiertes Land, oder er wird irgendwie so frech antworten, ja, ich bin Deutscher oder sowas, weil er, seine Mutter ist ja Deutsche, er ist ja halb Deutscher, so fast. Nein! Ja, der ist halt Deutscher, sein Vater ist Ägypten, aber seine Mutter ist richtig ethisch deutsch. Alter Schwede, Mann, ich hoffe, sie ist stolz auf ihn. Alles da, wir gucken mal die Antwort an. Warum lebst du in Deutschland und nicht in Saudi-Arabien, wenn doch der Islam angeblich besser wäre? Erstmal, das ist kein Argument, ja, mal abgesehen davon. Zweitens, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich in Saudi-Arabien leben. Und drittens, wenn die ganzen Islamhasser uns aus Deutschland weg haben wollen, dann können wir gerne ein Konto einrichten und sie sollen jeden Monat darauf Geld überweisen und dann bleiben wir so lange im Ausland, bis das Geld hinüber ist, ja. Und damit ihr braucht nicht glauben, dass irgendwie ich hier in Deutschland irgendwas bekomme. Aber in Deutschland habe ich wenigstens Arbeit, Beziehungen, was auch immer. Also, ich bin fasziniert von dieser erfrischenden, frechen Ehrlichkeit. Unfassbar, Alter. Beziehungen, in Deutschland habe ich Beziehungen, was auch immer. Weißt du, wie sie ja alle Superchats in die Islamhasser-Kasse und dann die ganzen Islamisten im Ausland finanzieren. Weißt du, was er meinte? Wenn das ginge, dann würde er in Saudi-Arabien den Besen. Also nach Saudi-Arabien kann man gar nicht einwandern? Also weißt du darüber durch Zufall irgendwas? Ja, er meint finanziell, weil Saudi-Arabien ist nicht billig. Also in Saudi-Arabien muss man schon die finanziellen Mittel haben. Und ich meine, was will jetzt so jemand wie er dort arbeiten? Von was will er dort leben? Er hat halt dort keinen Einkommen. Ich kenne zwar ein paar Leute oder ich weiß von ein paar Leuten, die nach Saudi-Arabien ausgewandert sind, aber das waren halt so irgendwie so Wissenschaftler, Chemiker und so und die dann irgendwo arbeiten und da Ärzte oder sowas. Also wirklich so Fachkräfte und die sind da gefragt und die kriegen auch sehr, sehr gutes Gehalt dort, weil die halt gebraucht werden. Aber jetzt so ein Ibrahim-Hauptschüler oder sowas. Ich meine, was will er in Saudi-Arabien machen? Von was will er leben? Ja, ja. Ja, ist ein guter Punkt. Okay. Dann haben wir die letzte Frage. Das wird wahrscheinlich eine kurze Folge heute, ja. Ich vermute jetzt gleich schlechte Nachrichten für alle Ausländer aus dem, vor allem islamischen Kulturrecht zu haben. Also Türkei, arabischer Raum. Denn wir werden jetzt die Frage Antwort bekommen, darf man Autos leasen? Und ich habe den Verdacht, ich weiß gar nicht, warum, ich kann das nicht beruhigen, aber ich habe den Verdacht, die Antwort lautet nein. Ich bin sehr gespannt. Was schätzt du denn? Leasing, ähm, warte, ich muss mal überlegen, wie ist das mit Leasing? Ähm, nee, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Ich sehe jetzt kein Problem beim Leasing. Ich meine, man zahlt ja, das ist ja wie so, wenn man ein Auto mietet, ja. Außer es ist jetzt irgendwie mit Zinsen oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe nie ein Auto geleast. Ich weiß das nicht. Ich auch nicht, aber nee. Also ich glaube, mit Zinsen hat das, glaube ich, nichts zu tun. Ja, du zahlst halt für einen bestimmten Zeitraum. Also es ist im Grunde genommen wahrscheinlich vergleichbar ähnlich wie eine Langzeitmiete. Na, auf drei Jahre oder so. Ich nehme an, das kann man damit ganz gut vergleichen, weil da wirst du wahrscheinlich recht haben. Ja, dann haben wir doch keine schlechten Nachrichten für die Brüder, die irgendwie in einer anderthalb Zimmer Bude hausen, aber vor der Tür einen fetten Dreier-BMW zu stehen haben. Den werden Sie sich weiterhin auch leasen dürfen. Wir gucken mal. Holmes 47 fragt, ist das erlaubt, als Unternehmer Autos zu leasen? Die Sache mit dem Leasing ist eine Meinungsverschiedenheit, auch zwischen den wissenden Leuten im Westen, weil natürlich in den islamischen Ländern gibt es dieses Leasing nicht. Deswegen müsste man schauen. Einerseits, wir sagen natürlich, Mieten ist kein Problem, aber ich kenne den genauen Leasingvertrag oder die genaue Konjunktion, die es dort gibt oder die genaue Konstruktion des Vertrages nicht. Aber wie manche sagen, dass dort versteckte Zinsen sind, dann ist es natürlich nicht erlaubt. Und andere wiederum sagen, das ist wie eine Miete und die Miete, auch wenn sie Langzeitmiete ist, ist natürlich erlaubt. Deswegen müsste man sich jeden Vertrag einzeln ansehen, was da für Klauseln drin sind. Alles klar, ist eine akzeptale Antwort. Ja, Irfan, dann sind wir auch schon durch. Hast du eine schöne Geschichte, die du uns teilen möchtest? Ja, aber das finde ich auch interessant. Bitte, erzähl. Nee, ich fand das jetzt interessant, was er meint. Es gibt kein Leasing in der islamischen Welt. Wieso soll es da kein Leasing geben angeblich? Das ist eine exzellente Frage. Also das Geschäftsmodell Leasing ist ja jetzt nichts, was irgendwie total kreativ wäre oder voll neu oder sowas. Warum sollte es das da nicht geben? Keine Ahnung. Ja, also ich glaube schon, dass es zum Beispiel in den Golfstaaten oder irgendwie sowas, dass es da dieses Prinzip gibt. Aber gut, sei mal dahingestellt. Alles klar, Irfan, das war kurz und knackig. Hast du noch, weiß ich nicht, irgendeine Geschichte? Erzähl doch mal, ich weiß es nicht. Ich frage jetzt einfach mal spontan nach deinem interessantesten Aufeinandertreffen mit Muslimen im Zusammenhang mit einer Kundgebung. abgesehen von diesem einen Mal am Alexanderplatz. Also zum einen das und danach werde ich dich fragen, wann es denn da eigentlich mal weitergeht. Also bist du noch Teil des Vereins? Trittst du noch öffentlich auf? Wenn ja, wann? Aber erst mal, was war das Interessanteste, was du je live beobachtet hast, abgesehen von der Nummer auf dem Alexanderplatz, wo dir ein Muslim erzählt hat, na selbstverständlich, wenn wir die Mehrheit stellen, dann werden wir euch unterwerfen. Boah, da gibt es echt viele Sachen, ey. Da gibt es viele Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich davon erzählen könnte. Du meinst jetzt so das Interessanteste, was ich von muslimischerseits gehört habe. Ja. Oder reingemann Begegnung. Ja, in Berlin war interessant natürlich, dass im Vorfeld, dass es viele Drohungen gab und dann auch so irgendwie Clan-Leute gemeint haben, also Clan-Leute gemeint haben, dass das nichts wird mit der Kundgebung und dass sie dann vorbeikommen und die Kundgebung stürmen und so weiter. Und ja, nichts davon ist passiert. Wobei, da sind schon welche gekommen, ja. Da sind welche gekommen. Das sieht man auch bei der Aufnahme, aber die haben halt nur so rumgepübelt, so am Gitter und dann nicht wirklich was gemacht. Es war kurzzeitig fast eskaliert, weil mir einer von denen so das Handy so ins Gesicht gehalten hat und ich habe ihm so ein bisschen so seinen Arm weg und so weiter. Aber ja, da war dann auch nichts. Ja, ich meine, schau, da gab es alles Mögliche, Mann. Es gab, was weiß ich hier, Hitler war der beste Holocaust-Leugnung und so etwas. Also das, was man immer so rechtsextremen vorwirft, gab es eigentlich sehr oft, so muslimischerseits. Ja, man soll alle Juden, was weiß ich was und so. Solche Dinge gab es. Ja, es gab natürlich Gewalteskalationen, ja. Steinwürfe, Flaschenwürfe. In Leipzig zum Beispiel wurden Flaschen geworfen. Dann ist eine so eine Flasche mal aufs Auto gelandet. Ja, solche Sachen gab es. Ja, dann unzählige so irgendwie so während der Kundgebung. Ey, lass nach der Kundgebung eins gegen eins machen und so. Also du wirst sehen nach der Kundgebung, wenn die Polizei weg ist. Aber es ist eigentlich nie was passiert, weil die waren entweder nicht da oder die sind geblieben, aber dann kam es halt doch nicht eins gegen eins. Was ich auch interessant fand, war immer so dieses Zwiegespaltene, so irgendwie zum Beispiel so am Anfang so, hey Bruder, wir wollen doch alle friedlich leben. Brudi, mach doch sowas nicht. Und wir sind doch alle hier, weißt du, ich meine, wir leben doch, wir lieben, wir lieben Deutschland und wir wollen hier friedlich leben und sowas. Und dann so zwei Minuten darauf so, ey, du wirst sehen nach der Kundgebung, ich stech dich ab und blablabla. Herz aller liebsten. Das war interessant, ja. Ja, es ist halt diese Zweigesichtigkeit, wie wir auch so ein bisschen jetzt schon drüber geredet haben oder wie der eine auch gefragt hat hier mit Takiya und so. So erst mal immer so auf nett und hey und blablabla und sowas. Und dann aber, wenn die merken so, hey, die Nummer funktioniert nicht, dann halt komplett hier mit Einschüchterung, Drohung und sowas. Aber wenn die merken, dass das nicht läuft, dann beruhigt sich das eigentlich auch schnell so. Dann versucht man es wieder auf eine andere Nummer. Für alle, die den Auftritt am Alexanderplatz noch nicht kennen oder zum ersten Mal von die Hörern oder so, habe ich das Video gerade mal rausgesucht. Ich spiele das mal kurz ab. Geht 2.20 und das lohnt sich, Freunde. Die sagen, ich will hier keine Scharia in Deutschland. Das ist Schwachsinn. Jeder, der sich... Die den Islam verändern. Du bist für authentischen Islam, so wie er ist. Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland, auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Auf jeden Fall. Okay, danke. Wie, wie, welche, wie zum Beispiel? Wie könnte man jetzt aus Deutschland einen islamischen Staat machen? Wie, wie zum Beispiel? Laut den Werken ist es so, dass man, wenn man in der Mehrheit ist, wenn man in der Mehrheit ist, wie sie auch erklärt haben, ist, sind wir dafür befohlen, Deutschland einzunehmen, auf jeden Fall. Also es ist ein Moslem, es ist eine islamische Pflicht, auch Deutschland einzunehmen. Auf jeden Fall. Ich respektiere deine Ehrlichkeit und du bist ja gegen die Liberalen, die jetzt sagen, nein, das stimmt nicht und wir sollen hier in Frieden leben. Es ist eine Auseinandersetzung, wir oder ihr. Entweder ihr übernimmt uns oder wir euch. Auf jeden Fall. Und darum gibt es diesen liberalen Islam, gibt es eine Unterscheidung politischer Islam und anderer Islam? Jetzt bin ich jetzt im politischen Islam, wenn ich sage, ich will die Scharia, dann... Nein, ich meine, Islam ist doch in allen Lebensbereichen. Kannst du sagen, Islam hat in Politik nichts zu tun? Auf gar keinen Fall. Das ist Kofar oder nicht? Natürlich. Und welche... Ich verstehe die Menschen manchmal, man will seine Religion beschützen und dann sagt man Sachen, die nicht stimmen. Ja, das mit dem Hattabschlagen gibt es nicht, etc. Mit welchen Mitteln wollt ihr die Scharia hier installieren und einen islamischen Staat machen? Mit welchen Mitteln? Ich rede nicht von Anschlägen jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Anschlag mache, hier, wo sie gerade demonstrieren. Das ist falsch. Und ich rede davon, wenn die Muslime in der Überzahl sind, dann, wenn es sein muss mit Gewalt, muss man das nicht übernehmen. Das ist es. Auf jeden Fall. Das ist es. Danke, dass einer ehrlich ist und das so sagt. Danke. Du bestätigst genau das. Ich habe so gedacht, 30 Jahre lang habe ich so gedacht wie du. Ich habe immer einer meiner Slogans in den Moscheen, ich habe Unterricht in Moscheen gegeben, ich habe zwei Moscheen in Berlin mitgegründet, ich habe immer gesagt, Deutschland verdient eine satte Islamisierung. Und ich habe immer gesagt, du weißt ganz genau, dass die Scharia, Scharia bedeutet vieles. Scharia bedeutet die Regelung, wie du betest, wie du fastest, wie du zur Hatsch gehst und so weiter und so fort. Die Scharia ist in jeder Moschee lebendig. Okay, der letzte Part war jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, und dann nochmal, also was wir schon angesprochen haben, die Reaktion derer, die offensichtlich allesamt Muslime sind um ihn herum, ist halt gar nichts. Es ist so, dass diese Worte nicht verstehen würden. Die verstehen das schon. Und da schreitet keiner und sagt so, ey, warte mal, ja völlig übertrieben, nee, ich sehe das anders. Nein. Wenn du die, wenn du die in einer geheimen Wahl befragen würdest, die zumindest da jetzt gerade im Umkreis sind, die würden sagen, ja, natürlich, natürlich sehe ich das genauso. Und diese Leute holen uns millionenfach ins Land. Insgeheim wünscht sich das hier der Muslim. Es ist ja auch nur logisch, wenn ich tatsächlich dieser Religion anhänge und wirklich daran glaube. Denn natürlich will ich, dass alle Menschen auf der Welt diese eine Wahrheit erkennen. Also ich habe dich jetzt die letzten Sekunden nicht gehört. Hattest du eine Frage gestellt? Nee, nee, nee. Ich habe einfach nur mal kurz das Video abgespielt und meine Meinung dazu geäußert, was wir von schon besprochen haben. Also diese Leute in diesen Zahlen, ich glaube, es wird schwierig. Bitte. Du bist dran. Ja, zu dem Typen. Also es wurde schon ein Ermittlungsverfahren gegen den eingeleitet und ich habe da auch mal so ein Schreiben bekommen von der Berliner Polizei, ja, als Zeuge und was weiß ich was. Ja, also da wurde schon ermittelt, weil ich meine, das Ding ging einfach viral. Das siehst du ja hier 9,3 Millionen und das haben dann, keine Ahnung, es wurde ja nochmal geteilt und dann hat Elon Musk sogar darauf reagiert und irgendwie. Was hat er nochmal kommentiert? They aren't kidding oder irgendwie sowas. Ja, und dann machen die halt. Aber wie du sagst, so wie viele von den Typen haben wir im Land? Wie viele laufen rum, die so und das Beste, was du übertreibst nicht oder so. Du bist gerade wieder komplett weg, Irfan. Und das Beste, übertreib nicht oder so. Sehen das ja auch so, nur dass es halt nicht jeder sagt. Test, 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 Irfan. Ja, jetzt, jetzt höre ich dich. Du warst weg nach, übertreib nicht. Also ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass die Leute da nicht in Opposition zu ihm stehen. Die sehen das genauso wie er. Genau, dass keiner gesagt hat, hey, übertreib nicht oder das ist jetzt extrem, was du sagst oder ich als Moslem unterstütze das nicht. Sondern die waren ja alle leise so, weil die genauso denken, nur halt nicht immer alles so offen aussprechen. Ja. Ja, also dieser Mann war ein Geschenk Gottes. Wie geht's weiter mit der BPE und Irfan Pezi? Ja, schau, ich war ja nie Mitglied im Verein. Ja, ich war immer so als Gastredner und wir haben ja erstmal so mit Recherche-Videos angefangen und sowas. Und dann hat er halt übrigens gemeint, ja, willst du auch mal Gastredner sein? Und ja, und dann war ich Gastredner dort und war in dem Jahr 2022 was. Sehr, sehr aktiv auf über 20 Kundgebungen. Und ja, dann gab es auf das darauffolgende Jahr gab es halt so ein bisschen Probleme und so interne Schwierigkeiten. Und dann wurde es so ein bisschen schwieriger alles. Und wie es weitergeht, werden wir sehen so. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf andere Sachen und fokussiere mich da drauf. Und es ist halt schwer, so alles so in Einklang zu bringen. Ja, privat und all die anderen, beruflich und all die anderen Punkte, weil es ist halt nicht so einfach. Du gehst einfach mal hin und redest ein bisschen und fertig. Sondern es ist halt wirklich, du bist die Hälfte der Woche eigentlich unterwegs. Und ja, viele andere Umstände, die es ein bisschen schwieriger machen, nehme ich an. Du bist gerade wieder rausgeschnitten. Die Verbindung ist echt saumäßig. Ich glaube, wir managen das aber recht gut, dass wir, also dass ich zumindest mich da komplett zurückhalte und wenn du redest, gar nichts sage, um sicherzugehen, dass dir die Lehne nicht dafür sorgt, dass wir jetzt hier miteinander vorbeisprechen. Falls du das nochmal ausführen möchtest und du noch nicht fertig warst, irgendwann dann bitte ergreif nochmal das Wort. Ansonsten würde ich nochmal dazu eine Frage stellen. Okay, der Livestream geht vielleicht ein in die Geschichte der katastrophal gelaufenen Livestreams, was die Verbindung betrifft. Ich denke, dass wir aber trotzdem gut gearbeitet haben mit dem, was man uns gegeben hat. Sobald du mich hörst, sag mal bescheiden. Jetzt höre ich dich. Jetzt bist du hier bei mir, alles klar. Jetzt höre ich dich. Ja, schau, die Sache ist, ich bin gerade in Serbien und ich weiß jetzt nicht, also mein Internet hier ist sauschnell 5G und so weiter. Ich habe auch hier so ein Dings, diesen Speedtest gemacht, aber ich weiß nicht warum, aber es kann nur daran liegen, dass ich halt ein bisschen weiter weg bin. Ja, es ist auch keine Katastrophe. Ich denke, wir haben damit recht gut gearbeitet. Ich will ganz kurz noch vom Alexanderplatz erzählen. Also ich bin ja da angekommen und zum einen, was bisher wenig beachtet wurde, gefunden hat, ist das. Ich habe das jetzt dreimal erzählt. Ich erzähle es ein viertes Mal. Ja, einfach, weil ich es für wahnsinnig wichtig halte. Von euch aus gesehen, etwa 10 Minuten rechter Hand. Ich meine übrigens, man sieht sie hier im Hintergrund. Ich will es aber nicht beschwören. Ganz rechts. Da, wo der Typ mit der Maske steht. Also recht mittig im Bild, leicht nach rechts versetzt, im Hintergrund halt. Ich glaube, das war genau die Gruppe. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Das ist eine Gruppe von Antifanten gewesen. Sechs, sieben Stück. Allesamt irgendwas zwischen 14 und 17 Jahre alt oder so. Und dazu dann ein 60-jähriger, ja weiß ich nicht, Perversling oder so. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Also wahrscheinlich war das der Redezwürr von den Leuten. Und die haben immer wieder auf sich aufmerksam gemacht durch blöde Zwischenrufe, ja. Sturz mir im Jusbert im Knast, Jusbert im Knast. Und das haben sie halt auch nicht unterbunden, nachdem ihnen dort ein Muslim zu verstehen gegeben hat, dass natürlich auch sie davon betroffen sein werden. Wenn die Muslime hier die Mehrheit stellen, dann werden wir natürlich notfalls mit Gewalt dafür sorgen wollen, dass hier die Gesetze gelten, wie wir sie, also die Muslime, für richtig halten. Ja, und das hat diese Leute nicht davon abgemacht. Das war nicht der Moment, wo sie sich gesagt haben, okay, ich bin hier vielleicht doch falsch. Vielleicht bin ich ein Hurensohn und sollte nach Hause gehen. Nein. Die haben weitergemacht und haben weiter halt blödes Zeug gequatscht und in irgendeiner Form, wie auch immer, gegen Sturzi und euch halt agitiert. Diese Leute sind krank. Also du kannst denen einen Typen vor die Nase stellen, der ihnen sagt, mein Ziel ist es, euch zu unterwerfen. Nein. Und sie werden denjenigen, der damit kritisch umgeht, dann beleidigen oder ihnen erzählen, dass er halt in den Knast gehen wird oder ähnliches. Es ist wirklich, wirklich traurig mit diesen Leuten. Und was ich noch gemerkt habe, ist, dass da ein paar Leute waren, also die, mit denen ich gequatscht habe, die kannten die Honigfarbe allesamt. Übrigens, ich habe da nicht einfach so wildfremde Leute angequatscht, sondern als die Kundgebung beendet war, bin ich halt zu Irrfern, also als sie da die Begrenzung abgebaut haben, bin ich halt zu Irrfern, habe Hallo gesagt, mich da ein paar andere Leute noch vorgestellt. Sturzi zum Beispiel, der mich ja schon kannte von der Honigfarbe, der war, weiß ich gar nicht, zwei Monate zuvor zu Gast oder so und ein bisschen halt gequatscht mit den Leuten. Und das haben auch andere Unterstützer mitbekommen und meine Stimme dann auch erkannt und habt halt ein paar gequatscht, die zahlreich meiner Meinung nach auch bei Twitter vertreten sind und teilweise hört ihr die nicht folge. Also man lernt dort echt sympathische Typen kennen, mit denen man ein gutes Gespräch führen kann, die auch im Internet, wenn auch im kleineren Rahmen, ja irgendwie aktiv sind. Das fand ich sehr sympathisch. So, jetzt die Frage, auf die ich hinaus wollte, die ist letztlich sonderlich wichtig, aber ich habe dich das nie gefragt. Weißt du noch, was aus den Donuts geworden ist, die ich euch mitgebracht habe? Ich kann mal da mit einem Zwölferpack Donuts an, als quasi, ich weiß nicht, Begrüßungsgeschenk oder so. Kannst du dich daran wesens noch erinnern? Hast du dir einen dieser Donuts einverleibt und warst anschließend glücklich? Jetzt habe ich mich selbst gedoxen, das wäre ganz witzig, wenn da jetzt Videoaufnahmen auftauchen mit dem einen Idioten, der eine Tüte von Dunking Donuts in der Hand hat. Zum Glück ist das schon lange her. Irfant, bist du noch bei mir? Nee, ist er nicht. Der Stream ist auch beendet, glaube ich. Also der Stream, den ich zu ihm weiterleite. Irfant ist aber auch keine Katastrophe. Also ich habe jetzt auch noch ein paar Kommentare übrig, die ich durchgehen würde. Nicht unbedingt, weil wir halt einen heftigen Delay haben. Ich höre dich gerade wieder, ja. Ja, ich bin kurz raus und rein. Ja, keine Ahnung, was da ist. Das weiß ich nicht. Gibt es Fragen oder sowas? Ja, was ist aus den Donuts geworden, die ich euch mitgebracht habe? Weißt du das noch? Aus den Donuts? Warte, lass mich überlegen. Also ich bin damals zum Alex gekommen mit einer Tüte, zwölf Pack Dunking Donuts, die geilsten Sorten natürlich. Und die habe ich dann irgendwann von euch überreicht, in der Hoffnung, dass ihr die nach Feierabend dann zusammen verspeist. Ja, also ich habe jetzt nicht alle gegessen, aber ich kann mich erinnern, zwei, drei habe ich gegessen. Ja, die waren sehr gut. Danke nochmal. Sehr gut, sehr, sehr gerne. Guter Mann, ja, die hast du dir mehr als verdient. Okay, irgendwann, sei mir nicht böse, ich würde dich gleich einfach rausschmeißen und dann die Zuschauerkommentare machen, einfach weil das mit dem Delay eine Katastrophe ist. Ja, das ist dann sehr viel einfacher, wenn ich das einfach alleine handle. Ersende, du willst mir jetzt noch irgendwas erzählen? Und eine Frage hast du, glaube ich, noch nicht beantwortet oder ich habe es nicht ganz mitbekommen. Wann kann ich dich denn, wenn überhaupt, das nächste Mal live sehen? Also ist das sicher, dass das dieses Jahr nochmal passiert? Steht das komplett auf der Kippe? Möglicherweise nie wieder? Wie ist denn da die Entwicklung? Weiß ich nicht, kann ich jetzt ehrlich gesagt, kann ich jetzt so nicht sagen. Wenn du noch andere Fragen hast, ich glaube, vielleicht geht es jetzt. Falls es noch Fragen gibt, die jetzt direkt an mich gerichtet sind, dann können wir die ja jetzt machen und dann die restlichen kannst du ja alleine machen. Alles klar, dann scanne ich mal ganz kurz, ob ich hier irgendwo deinen Namen sehe. Pass auf, ich mache mal kurz die dicken Dinger über Streamlabs. Und ob du da jetzt drin vorkommst oder nicht, lese ich einfach mal vor und dann wechsle ich zu Twitch und gucke, ob ich da irgendwo konkret deinen Namen lesen kann. Ja, Sarah Wabenknecht für 5, 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Na du? Oh, mein Soundbot ist kaputt. Gut, mein Soundbot ist dann für heute im Arsch. Ich weiß nicht, was der Quatsch jetzt soll. Das ist ja witzig. Na gut. Was ist im Arsch? Freunde, meine Musik. Also heute dann der Rest der Sendung leider ohne Musik. Ich weiß nicht warum. Also mein Soundbot leuchtet, zeigt mir alle Symbole an, aber es kommt keine Musik. Ja, dann ist das manchmal so. Sarah Wabenknecht, ich danke dir vielmals. Freue mich besonders, euch mal wieder zusammen zu hören, nachdem ich Irrfan kürzlich beim Vortrag auf der Ostalp live hören und blöde Fragen stellen konnte. Und das ohne die HW wahrscheinlich nie passiert wäre. Da bin ich vermutlich auch kein Einzelfall. Ostalp, wann war das? Also wenn er von kürzlich spricht, reden wir hier von, das ist zwei Wochen her? Oder ist das drei Monate her? Nee, nee, das war letzt... Du bist wieder raus. Das war letzt... Nee, Irrfan. So wird das nichts. Test, test, test. Irrfan, hörst du mich? Okay. Ich mach mal Bambo für 5 Euro. Vielen, vielen Dank, lieber Bambo. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus und ein Muslim schlägt einem Bruder nicht ins Gesicht. Ach, und zu der Brotfunk-Reaction muss ich auch noch was sagen. Irrfan, not even once. Die haben auf YouTube noch weniger Abos als ich und ich bin irrelevant. Ja, also ich gebe dir recht, dass die keinerlei Relevanz haben. Ähm, es war aber das einzig mir bekannte Reaction-Video, wo halt, ich wollte gerade sagen, Kritik geäußert wurde, aber das ist der Blödsinn. Haben sie ja nicht, wo man nicht meiner Meinung war. Und dann wahrscheinlich eigentlich vor hatte sowas wie Kritik zu äußern, aber da kam halt nichts, ne. Und ich nehme halt auch an, dass sowas einen hohen Unterhaltungswert hat. Ja, von daher, äh, Brotfunk gerne wieder. Ja, die haben übrigens auch unter dem Upload einen Kommentar reingeknallt. Ich hoffe, die reagieren nochmal. Ja, das fände ich ganz schön, daraus einen 200-3-Teiler zu machen. Und dann kann ich sie auch meinetwegen vergessen, aber einen hohen Unterhaltungswert würde ich denen schon attestieren. End ohne Bonusloch nochmal für 8 Euro. Vielen, vielen Dank. Ah, jetzt kommen wir hier an Irrfan. Irrfan, bist du wieder bei mir? Irrfan, 1, 2, 3. Okay, ich wechs mal kurz zu Twitch. Gucke, ob es da was gibt. Ach, und danach kann ich mich doch, wenn Irrfan weg ist, nochmal zur Causa Regenbogen. Ne, nicht Regenbogen. Stolzflagge äußern. Da gab es nämlich ein bisschen Kritik. Das hatten wir vorhin. Hier müsste man sein. Bei Michax 1984. 30. Monat. Vielen, vielen Dank. Abend zusammen. Gefolgt von vier Stolzflaggen. Lieber Michax, einen großartigen Abend wünsche ich dir. Freiheit 7757. Zwölfter Monat. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend. Vielen Dank dir ebenfalls. Irrfan, sobald du mich hörst, schrei bitte einfach, ja? I'm Isantropi oder so ähnlich. I, ich werde es niemals hinbekommen, ja? Siebter Monat. Vielen, vielen Dank. Haram Stufe Rot. Ja, passend zur Folge heute. Vielen, vielen Dank. BAB 5. 25. Monat. Vielen, vielen Dank. Kasper und Irrfan, Qualitätscontent. Das freut mich, dass du das so siehst. Vielen, vielen Dank. Peter Ludolf. Neunter Monat. Vielen, vielen Dank. Hallo Kasper, ich habe dir bei Twitter per DM einen permanenten Premium-Quellen-Link geschickt mit Login-Daten, den auch du selbst erweitern kannst. Kann Irrfan bitte meinen Freund Kordi grüßen? Irrfan, bist du wieder bei uns? Nein. Er kann deinen Freund Kordi da nicht grüßen. Ich kann deinen Freund Kordi aber grüßen. Ja, lieber Kordi, fühle dich gegrüßt. Und die DM gucke ich mir an. Das Problem ist, mir ist wahrscheinlich selbst das zu viel Aufwand. Also wenn das irgendjemand pflegen will und der dann ab und zu mal updatet, was ich halt dann einmal im Monat neu hochlade oder so, sehr gerne. Ja, ich will da selber gar nichts pflegen, weil ich habe ja auch meinen Premium-Quellen-Ordner, der liegt ja nicht in der Cloud, sondern auf meinem Desktop. Ich gucke es nochmal mal an. Wenn das denkbar einfach ist, dann werde ich darüber zumindest nachdenken. Ja, vielen, vielen Dank. Es wäre schön, sich da mal als Maulwurf einzuschleichen und ein paar Ratschläge zu holen, zu gucken, wie tickt dieser Mann eigentlich außerhalb seines Gotteswahns. Nämlich, ich werde es niemals erfahren. Es tut mir leid. Falls doch, werde ich euch hier als erstes unterrichten. Karum1979, 21. Monat, vielen, vielen Dank. Metal-Leute und liebe Grüße an Kaspar. Karum, ich danke dir vielmals. Chapter 11, 37. Monat, vielen, vielen Dank. Gott zum Große. Ed Kaspar, zusätzlich zu Borkum schlage ich vor, Rammstein zum Abschiebezentrum umzubauen. Die Infrastruktur ist prädestiniert dafür. Ja, habe ich keine Einwände. Absolut keine Einwände. Nachdem wir, wobei ich da keine gefestigte Meinung habe. Ja, aber ich habe zumindest eine Tendenz. Und die Tendenz ist die, wir schmeißen die Amerikaner raus. Es sei denn, sie erläutern mir nachvollziehbar für jeden Idioten, was sie da zu suchen haben. Dann können wir das gerne umbauen in das weltgrößte Abschiebezentrum. Ja, ich bin sogar gewählt, da 15 Meter hohe Mauern zu errichten und als Drehkreuz für Abschiebungen aus ganz Europa zu fungieren. Also, mir können gerne die Briten ihre Ausreisepflichtigen dann her schicke ich. Das wird natürlich dann gut bezahlen, ja. Und dann geht von hier aus der Flieger nach Ruanda oder wo auch immer die Briten, die dann haben wollen. Ja, alles gar kein Problem. Sehr, sehr gerne. Ed Irfan. Irfan, bist du hier bei mir? Was ist eigentlich aus deinen Auftritten bei der BPE geworden? Ich bewundere deinen missionarischen Eifer, die Gottlosen bei TikTok abzuholen. Statement zur Werteunion. Ja, Irfan wird sich jetzt nicht mehr äußern können. Er ist jetzt komplett rausgeflogen. Ist der Livestream noch aktiv? Ist er? Obwohl ich nicht höre. Ja, keine Ahnung, was da los ist, Freunde. Es tut mir leid. Mr. Flips, dritter Monat. Vielen, vielen Dank. Irfan, du bist wirklich ein Fels in der Brandung. Und du und Stürzi wart ein geiles Team. Ja, ich füge hinzu. Bitte, bitte weitermachen. Vielen, vielen Dank, Mr. Flips. Die Bookies1, neunter Monat. Vielen, vielen Dank. Moin, Irfan, View. War das Autokorrekt oder? War das ernst gemeint? Wie bist du vom Islam zum Christentum gekommen und nicht zum Atheismus? Irfan, bist du wieder bei mir? Tut mir leid, Freunde. Greedy RL, neunter Monat. Vielen, vielen Dank. Hatte auf Twitter eine kleine Diskussion über die Bedeutung des Stolzmonats. Und Erwin unterstellt mal wieder indirekt Extremismus. Ich finde das persönlich so schade. Kannst mal ein bisschen lesen, falls es dich interessiert. Also mit ein bisschen Lesenteils, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen mehr als mal eben hier zu gucken. Ich habe bekommen, dass die ihren dämlichen Arbeiterstolzmonat ausgerufen haben. Was ich ja an sich eine süße Idee finde. Ich habe damit gar kein Problem. Also die können da gerne Projekte starten, die etwas aufgreifen, was wir als Bubble geschaffen haben. Aber dann diese Hass-Tiraden von einem Seller und von einem Erwin übrigens auch. Dass irgendwie, also da ist der Umstand, dass wir deren Versuch, hier Twitter zu kapern, belächeln. Und zwar nicht mit bösartigen Kommentaren, sondern halt mit Kommentaren, die klar machen, naja, wir belächeln das halt. Das ist direkt der Hass gegen die Arbeiterklasse. Die Verachtung gegen die Arbeiterklasse. Also die finden da auch keine Worte, die irgendwie aus deren Sicht mal ein bisschen übertreiben oder so. Es ist, also im Grunde genommen wollen wir die Leute alle tot sehen. Ja, aber das ist nicht wahr. Ich habe mir einige Kommentare durchgelesen zum Arbeiterstolzmonat und es war alles so, naja, man belächelt die halt so ein bisschen. Ja, macht mal euer Ding, aber damit werdet ihr uns nicht abholen und damit werdet ihr im Großen und Ganzen niemanden abholen. Ähm, und die kotzen sich dahin aus, also vor allem Seller, ja, das, also das sind fast schon Mordaufrufe, die da von unserer Seite kommen. Und dabei kommt da halt nichts dergleichen, ja. Also ich habe mal die eine Beschimpfung gesehen. Ich habe gesehen, dass ihr belächelt wurdet. Die kapitalistische Indoktrinierung, Indokrinierung ist sehr stark in ihnen. Gebt ihnen Liebe, ah, oh Gott, Alter, ist jetzt die Liebesstaffel wieder zurück. Seller? Sie wollen immer nur Krieg, obwohl es am Ende nur Verlierer gibt. Nämlich wir alle. Versteht ihr? Also zu sagen, ja, ja, macht mal euren süßen Arbeiter Stolzmonat, ja, ist halt, wir wollen Krieg. Und am Ende gibt es dann nur Verlierer. So, jetzt kommt Rotkehlchen. Bro, du beschreibst die grundsätzliche Stolzmonatkampagne als eine, die ausgrenzt und beleidigt. Und da wundert es dich, dass du keine positiven Reaktionen dafür von dieser Seite bekommst. Der Stolzmonat war ursprünglich eine ironische Gegenkampagne zum Pride Month, by the way. Gut, einen mache ich noch. Hat sie auch. Weißt du, woher ich das weiß? Ich war zu der Zeit bei den Rechten. Der Stolzmonat hat mich von ihnen abgesch- Gelogen. Besonders, als ich selber Glück kam, wie alle, die nicht der Normensprache beleidigt wurden und Leute, die ich kannte. Et Quasselquocker fiel das auch auf. Also ich kann mich nicht dran entsinnen. Im Zusammenhang mit dem Hashtag Stolzmonat auch nur eine einzige ernsthafte Beleidigung irgendwo gelesen sah. Ja, da sind die übelst geilen Memes rausgehauen worden. Ziemlich gute Witze erzählt worden. Ich habe von diesen Beleidigungen, die so schlimm waren, dass sie selber zu einem Linken gemacht haben, der jetzt für die Sache vom Erwin kämpft, ja, habe ich nicht so bekommen. Gut, den Rest erspare ich uns jetzt, Freunde. Äh, zieht euch rein. Ja, Link habe ich euch gerade gepostet. Aber ihr seht schon, also das, was ich gerade gesagt habe, bevor ich da den ersten Satz gelesen habe, ne, das geht halt genau in diese Richtung. Es ist unglaublich. Mojo Milo, dritter Monat, vielen Dank, Servus, ein herzliches Servus zurück. Ich danke dir vielmals, JC, dreimal die 1, einmal die 2, 25. Monat, vielen Dank, Servus, Kasper, leider nicht, Servus, Irrfan. Ja, ich bin auch sehr traurig, Irrfan, bist du ja bei mir? Jetzt habe ich schon 2 Jahre abonniert. Nicht vorhandene Musik einführen. Dingeling, ding, 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 ding. Jedenfalls auf mindestens 2 weitere Jahre. War ein sehr amüsantes Sadafistenquiz, auch wenn manche Antworten sehr kurz ausgefallen sind. Wie dem auch sei, möge der Hass mit euch sein und folgt at realjc1112 auf x. Handel im Live-Chat, Freunde, schaut vorbei auf x. Damit sind wir bei Twitch durch. Das wird eine kurze Nummer heute, Freunde. Ich schaue nochmal kurz bei Streamlabs vorbei. Da ist nichts mehr, außer das von Enz ohne Bonusloch, der sich an Irrfan richtet, der leider nicht da ist. Enz ohne Bonusloch für 8 Euro, ich danke dir vielmals an Irrfan. Das mit den Zinsen verstehe ich nicht. Es gibt doch auch islamische Banken in Deutschland, zum Beispiel kt-bank.de. Die nennen Zinsen einfach Finanzierungsaufschlag, was aber das gleiche ist wie Zinsen. Das ist doch Augenwischerei. Ja, ist es. Also ich kenne noch die alte Masche von diesen Banken, dass sie halt Geschenke machen. Am Jahresende, so gibt es dann irgendwelche Geschenke. Jetzt ist die Frage, sind diese Geschenke Geld, was sie anschließend abheben kann? Oder gibt es zum Jahresende, je nach Anlagevolumen, eine neue Waschmaschine? Ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist exakt dasselbe mit einem Extraschritt. Also es ist im Grunde genommen Verarsche. Ja, sehe ich genauso. Irrfans Meinung können wir dazu leider nicht abklappern. Tut mir sehr leid, Freunde. Ich refreshe nochmal. Nichts Neues. Bei Twitch ebenfalls nicht. Dann würde ich uns zum Abschluss noch einmal vier Minuten Prototopia geben. Das wäre nämlich gestern oder heute ein Video von ihm vorgeschlagen worden. Präzise die ersten vier Minuten würden reichen und die ersten vier Minuten haben gereicht. Talk mit ihm über Remigration, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Kaspar, sag ich. Kaspar. Ich habe... Kaspar wieder keine Argumente gegen mich und lügt, ich hätte ihn beleidigt. Was? Also, ich bin mir ziemlich sicher, ohne jetzt den Inhalt des Videos hier zu kennen, was ich gleich anmachen werde, zumindest für eine Minute oder zwei, dass ich gesagt habe, dass in diesem einen Video wir wohl Haarsöhne geschimpft werden sollen, dass mir das jemand zugetragen hat. Nicht, dass ich das selber gesehen habe und dass ich deshalb mutmaße, ich wurde da beleidigt. Es würde mich wundern, wenn du eine Stelle findest, an der ich sage, Erwin hat mich einen Haarsohn genannt, denn ich habe das ja selber niemals gehört und daraus auch einen Hegel gemacht. Dass ich das selber nie gehört habe. Ich habe mir das Video eingeblendet, in dem das wohl gefallen sein soll, diese Beleidigung. Ob sie gefallen ist, das weiß ich nicht. Ich ging davon aus, wenn mir das so zugetragen wurde. Wenn ich dir damit deine Gefühle verletzt habe, dann tut mir das sehr leid, Erwin. Ich wollte dir nichts unterstellen, was gar nicht der Wahrheit entspricht. So wurde es mir halt erzählt oder so habe ich es verstanden. Ich habe herausgefunden, dass Kaspar über mich geredet hat. Schauen wir uns an, was er gemacht hat. Dass Erwin mir mehrfach vorgehalten hat, dass ich ihn in einem Livestream mal das Effort ge... Warte, warte, es geht vorher, fängt das an. Ich gehöre dazu, ich bekenne mich. Zwei heißt, nein, ich bin als rechte Sau geboren. Ich brauche das. Okay, interessantes Stimmungsmeld. Ich würde sagen, die meisten sagen eins. Er hat es ungefähr ausgeglichen. 1,5 haben wir ein paar Mal. Okay, also ein ausgeglichenes Publikum. Habt ihr mitbekommen, ist jetzt übrigens keine Ja-Nein-Frage, da braucht ihr gar nicht zu antworten. Habt ihr mitbekommen, dass Erwin wieder konvertiert ist und uns wohl Haarsöhne geschimpft hat? Vielleicht und uns wohl. Also, das... Muss ich jetzt wieder Chat-GPT anschmeißen und fragen, welche IQ nötig ist, um Konjunktiv zu entschlüsseln? Ja, mir wurde das erzählt. Ich könnte mal da mal kurz reingucken. Ich konnte die Stelle nämlich nicht... Zu Anfang schon lügt er. Ich habe sie nicht als Hurensöhne bezeichnet. Das stimmt nicht. Okay, Erwin, also nochmal... Gott, Alter. Der hat irgendwann zu Hause gesessen. Der scheint ja mein Content regelmäßig zu gucken. Und dann sitzt er zu Hause und guckt mal wieder Kasper Kast und denkt sich, das ist ein geiler Ausschnitt. Das, wo Kasper Mutmaßt, weil ihm erzählt wurde, dass ich ihm das H-Wort geschimpft hätte, sagt er, er wurde wohl das H-Wort geschimpft. Das ist so gut, darauf muss ich jetzt reagieren. Das ist eine Lüge. Habe ich wirklich nicht. Und konvertiert bin ich schon gar nicht. Wenn ich durchgeskippt habe, möchte ich daran erinnern, dass Erwin mir mehrfach vorgehalten hat. Ich finde es geil, dass ich da rede, als wenn ich geistig behindert wäre. Ich vermute, ich suche da gerade im Hintergrund das Video oder so. Das ist ganz witzig, mir mal so zu hören. Dass ich Ihnen in einem Livestream mal das H-Wort geschimpft habe. Ihnen wurde Doxing angedroht. Und das stimmt. Man muss sagen, in dem Moment war es höchstwahrscheinlich berechtigt. Also ein normaler Richter, der hätte urteilen müssen, wenn das vor Gericht landet wäre. Herr Kasper, das war eine Beleidigung, keine Frage. Aber, ja, das war ein derartiger Schwachsinn, der Ihnen da entgegenkam. Ich kann Ihre Reaktion nachvollziehen. Daher Freispruch. Und Herr Prototopia, Sie zahlen bitte 5000 Euro an eine gemeinnützige Rechteorganisation Ihrer Wahl für die Frechheit. Als gäbe es gemeinnützige Rechteorganisation. Ja, aber, Erwin, das ist der Witz. Die gibt es eben nicht. Wir haben hier hunderte von NGOs, die teilweise mit Hunderttausenden von Euro im Jahr gefördert werden. Aber keine davon ist rechts. Aber viele davon sind dezidiert links. Wie ist das eigentlich möglich? Woran liegt das, Erwin? Der ganze Sinn von rechts sein ist, dass es nicht gemeinnützig ist. ...richtung zu einem Blödsinn zu belasten. Ja, was hat er mir das mehrfach vorgehalten? Mehrfach hat er mir das vorgehalten, und zwar im Abstand von Monaten, ja, dass ich Ihnen das F-Wort geschimpft hätte. Und jetzt soll er uns wohl Haarsöhne geschimpft haben. Jetzt soll er uns wohl. Das ist das Beste, was dieser Mann hat. Ja? Aussagen von mir, wo offensichtlich wird, dass ich das selber nicht mal weiß. Mir wurde das zugetragen. Und dann zählt er, ich würde lügen. Ja, also, nochmal, Erwin. Wenn das nicht stimmt, dann erkenne ich das an, dann stimmt das nicht. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass du das hast. Du sollst wohl. Konjunktiv. Wo soll er das gemacht haben, du Schwurbler? Das hat er nicht gemacht. Streams, Leute, wird die Leute begrüßt in seinem... Was ist deine Ausrede? Deine beste Ausrede jetzt, ja? Das ist eigentlich die gute Frage. Oh, warte mal, warte mal. Er reagiert auf den... Ist das das richtige? Nee, nee, nee. Ist das das richtige Video? Doch, ich glaube genau, es ist das richtige Video. Streams, Leute... Okay, pass auf, dann machen wir das Folgendes, dann gucken wir jetzt mal einfach, was der Erwin beizutragen hat zu unserer Diskussion mit Seller und Agitator. Und das machen wir jetzt irgendwie noch so 10 Minuten oder sowas. Und dann können wir uns hoffentlich Brotfunk widmen. Ja? Ja, das Effort, was mit TZ endet. Das war das Wort, mit dem ich ihn beleidigt habe. Die Frage war, ob du wirklich glaubst, dass dieser Frau 2019 nicht klar war, dass der Karren, was die Migration betrifft, gegen die Wand gefahren wird. Übrigens, weil er hier von dem F-Wort spricht, kennt ihr diesen Witz? Alter, komplett misogüner Witz. Furchtbar. Ich erzähle ihn trotzdem, weil er gehört zur deutschen Filmlandschaft. Ich glaube, er ist in einem Thomas-Goltschalk-Film gefallen. Die zwei Supernasen oder irgendeinem Film halt. Mit Mike Krüger. Und zwar gab es diesen Witz. Da hat er gesagt, eine Frau kommt zu einem Mann und sagt, ja, und die machen sich bekannt und der Mann fragt die Frau, wie heißt du? Und sie sagt, ich heiße wie mein Bett. Wie die, ich möchte lösen, ich glaube, ich kenne das von den Ärzten. Ich heiße wie das weibliche Geschlechtsteil nur ohne den ersten Buchstaben. Und dann antwortet der andere, Otze? Du heisst Otze? Ja, mein Soundpaket immer noch nicht. Also sie heisst natürlich Uschi. Ein Stück nur ohne den ersten Buchstaben. Wie ich diesen Mann wie ein Buch lese. Und er schaut und sagt, Otze? Ich fand er witzig irgendwie lustig damals, muss ich sagen. Uschi ist gemeint natürlich, logischerweise. Aber der hat einfach gesagt, Otze. Fand ich lustig. So Deutsche sind wirklich nicht lustig, aber der wird zwar lustig. Aber total missagene, also komplett nicht nacherzählen. Ich hatte es gerade wahrgestellt, Sella. Weil im Endeffekt haben die zwei, also Agi bestimmt Enis. Und Sella haben sich jetzt rüberziehen lassen auf dem Boden dieser Leute. Wir sind ja wieder auf der Metaebene. Das passiert auch bei Brotfunk. Zumindest bei dem, was ich bisher gesehen habe. Da geht es um nichts anderes. Also da wird ich... Aber schau, wie Kasper einfach das Video gedisliked hat. Seht ihr das hier? Ja, ich schäme mich dafür nicht. Ich dislike direkt das hier auch noch. Das ist doch freie Meinungsäußerung, oder was? Er hat einfach wirklich... Der ist auf das Video gegangen und hat es einfach gedisliked. Und dann hat er unter dem Video mehrmals kommentiert. Einmal als Honigwabe und einmal hat er das kommentiert als... Naja, das stimmt nicht. Also auf einem Kanal, der Honigwabe ist, habe ich gar keinen Zugriff. Also das kann ich nicht gewesen sein. Idiotenwatch. Ja, ihr könnt es nachschauen. Also sofern die ganzen Kommentare nicht entfernt sind. YouTube entfernt in letzter Zeit Kommentare einfach so. Keine Ahnung, sperrt die Kommentarsaktion vollkommen. Also bei mehreren Leuten. Naja. Aber er hat es gedisliked. Okay, Bro. Alles klar, Mann. Ich meine... Doch, doch. Sie versuchen ab und zu mal dem ganzen Argumentativ zu begegnen. Bei ihrem... Achso, ja. Und es geht ins Meta, sagt er natürlich selbstverständlich. Weil das kann er nicht ertragen. Dass man sich philosophisch damit auseinandersetzt. Ja, Erwin. Wenn ihr da irgendwas Philosophisches von Wert beisteuern würdet, dann würde ich mich darüber nicht beschweren. Ich beschwere mich darüber, weil ich halt in der Regel, es kommt zumindest hier und da mal vor, mit harten Fakten argumentiere. Und dann ist das eure Antwort. Ja, aber die Meta-Ebene. Aber merkt ihr, was ihr da macht? Merkt ihr, was er da eigentlich macht? Er macht das eigentlich, weil er wird eine Reaktion haben. Nee, ich habe gerade einen Fakt ausgesprochen. So, dann wäre es jetzt an dir, diesen Fakt zu widerlegen. Welchen Sinn das macht. Und hier, was kritisiert der eigentlich? Ersten Teil zum Beispiel. Ich wiederhole mich nochmal, Erwin. Ich kritisiere, dass ich irgendwelche Fakten droppe und als Antwort erhalte, ja, das hat er jetzt gesagt, weil er damit erreichen will, dass Sella so ein bisschen emotional wird. Ja, was halt Blödsinn ist. Und wir gar nicht gucken werden, weil ich die nicht gesichert habe. Sind wir am Anfang des Gespräches, also Sella und ich, ja, beim Klimawandel. Und, äh, was ist da meine Aussage? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, insgesamt Thema Klimawandel und meine Meinung dazu. Und da ist das Gegenargument von dem Typen, den man da sieht, also der auf der rechten Seite sitzt, das werdet ihr später sehen, ist, ja, bla bla, was für ein Blödsinn. Der erzählt ja blödes Zeug, der hat davon nichts in Ahnung. Ein absoluter Vollidiot. Ja, wie kann er da so viel blödes Zeug quatschen? Wir haben doch schon in der Schule gelernt, dass der Klimawandel eine ernste Angelegenheit ist. So, so ungefähr lautet sein Gegenargument. Dann, ja. Stimmt das, Bayes? Er redet über dich. Er redet über dich, stimmt das? Hast du das gemacht? Also, ich habe mir das angeschaut, eure Reaction auf ihn, äh, und das war so, ja, das war solide Arbeit auf jeden Fall. Ja. Lies mal Maluk steht hier gerade. Ed Kaspar Kast, im Video genug mit Geduld für die rechten Opfer, sagt er es bei 8,45. Alles klar. Ich danke dir vielmals. Genug mit Geduld für die, da ist er, 8,45. Jetzt mach dich nicht so lustig über sie. Nein, hast du nicht. Aber dann tust du so, als wärst du eigentlich ein offener Mensch. So, als wärst du eigentlich für offenen Diskurs. Bist du nicht. Du bist ein Hurensohn. Du bist nicht für offenen Diskurs. Das ist einfach, lüge dich selbst an, aber lüge mich nicht an. Okay? Jetzt müssen wir herausfinden, über wen er da redet. Ich gebe uns mal eine Minute. Oh, Erwin, du entwickelst dich wieder zurück. Du bist wohl wieder ein... Okay, wir müssen noch weiter zurückgehen. ...istremen, gibt. Das ist, worum es geht. Diese Leute relativieren Rechtsextremismus. Das Gleiche haben wir gehabt, unter meinem letzten Video, wo ich auf das Gespräch zwischen Kaspar, Agitator, Schlomo und Sella reagiert habe und gesagt habe, dass die Punkte, die Kaspar und Schlomo vertreten, dass das einfach Rassismus ist. In den Kommentaren. Oh, Erwin, du entwickelst dich wieder zurück. Du bist wohl wieder ein Wookiee geworden. Also, Erwin, ich muss sagen, du bist schon ein beser Mensch, aber wenn es um Rassismus geht, irgendwie wirst du auf einmal extrem undifferenziert. Also, Erwin, du hast wirklich viel Ahnung von allem und ich schaue deinen Kanal gerne. Aber wenn es einfach um Rechte geht, verstehst du nicht viel. Okay? Erwin, ich finde, du behandelst die Jungs unfair. Du solltest ihnen eine reale Chance geben. Hast du Bastard, das jemals geschrieben, als ich auf Nathan reagiert habe? Bist du Bastard einfach jemals gekommen, als ich einfach über Dekalent geredet habe, über Shuyoka geredet habe und hast dann gesagt, hey, 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 schau mal, übertreib nicht. Deine Kritik ist ja zwar okay, aber ich meine, Lass die Kirche im Dorf, jetzt mach dich nicht so lustig über sie. Nein, hast du nicht. Aber dann tust du so, als wärst du eigentlich ein offener Mensch. Als wärst du eigentlich für offenen Diskurs. Bist du nicht. Du bist ein Hurensohn. Du bist nicht für offenen Diskurs. Alles klar. Also, Faktencheck, er hat nicht uns so genannt, sondern einen seiner Zuschauer und scheinbar auch einen unserer Zuschauer. Also jemand, er hat das gerade eingedeutet mit, Erwin, du hast voll die Ahnung und so den übelsten Durchblick, ja, stabiler Content, übelst geil, aber beim Thema Rassismus, da bist du ein bisschen blöd unterwegs, ja, und den schimpft er dann, einen Bastard, Schrägstrich, einen Sohn. Also, viel, viel besser, als hätte er uns mit diesen Begriffen bedacht. Und im Endeffekt braucht Kaspar sich über nichts beschweren. Er ist einfach ein, ein Typ, der sich permanent, wenn ich Reactions auf ihn gemacht habe, hat er sich nicht anders wehren können, als mich lächerlich zu machen, ja. Das war so seine einzige... Ja, deswegen hast du auch unser Streitgespräch von deinem Kanal genommen, ja, weil... Du hast befürchtet, Proletopia Kaspercast, weil du befürchtet hast, dass deine Zuschauer möglicherweise sehen, dass ich nur blödes Zeug quatsche. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Müsste man jetzt im Detail nochmal suchen. Ich meine, dass er es damals runtergenommen hat, vor langer, langer Zeit schon. Und wer das Video nochmal sehen will, in Gänze unser Streitgespräch, blöderweise mit Timestamp, aber das ist nicht so schlimm, der würde sich dieses Video reinziehen. Kritik, Proletopia, Cancer Culture, Meinungsäußerung, Trump, Islamisierung. Und dann würde man mir bitte mal den Moment zeigen, in dem das passiert, was er gerade erzählt hat. Aber dann tust du so, als wäre... Nee, das ist nochmal im falschen Video. Der sich permanent, wenn ich Reactions auf ihn gemacht habe, hat er sich nicht anders wehren können, als mich lächerlich zu machen. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass wenn ich zu Hause unaufgeregt, ganz entspannt auf dich reagieren kann, dass ich dann zu solchen Mitteln greifen muss, zu denen ich bei einem direkten Gespräch mit dir nicht greifen muss. Das ist doch schon sehr verdächtig, oder? Ich vermute, du erzählst da blödes Zeug, Erwin. Das war so sein einziger Weg, damit umzugehen, dass ich ihn argumentativ vernichtet habe. Wir haben ihm nicht... Ja, so sehr, dass du unser Streitgespräch von deinem Kanal runtergenommen hast. Zugestimmt, das war das Problem. Ja, ja, das ist klar, das mag Gaspar gar nicht. Ja. Ich streite ja nicht ab, dass euch bereits in der Schule ins Hirn geschissen wurde. Das streitet keiner ab. Also, auch da hast du kein Gegenargument formuliert. Du bestätigst erneut meine Weltsicht, ja, dass die Leute ins Hirn geschissen wird. Und hier befürchte ich fast, ich gucke da zum ersten Mal rein, wird das eh nicht sein. Ja, da geht es dann darum, wer wen auf wessen Seite und oh, jetzt hat er das Gespräch in eine Richtung gelenkt, die er für gut hält. Wie wäre es denn mit einem Argument? Ja, meine Frage lautete, ob die vom BSW, die heute sagen, ja, Migration, ja, muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Und da hat er jetzt die Gelegenheit, direkt mal mit dem Argument zu kommen, um mich zu widerlegen. Ob denen vor zwei, vor drei, vor vier Jahren nicht klar war, dass das hier in der Katastrophe enden wird. Naja, die Frage ist doch eine andere. Nee, ist es nicht, Erwin, das ist meine Frage. Mal, was willst du für Argumente? Ich habe hier das wider... Erwin, ich will eine Antwort. Die Frage lautet, da sind ja angeblich Leute bei, die eine 180-Grad-Wende vollzogen haben. Die haben vor drei Jahren noch für offene Grenzen plädiert und jetzt tun sie das Gegenteil angeblich. Ist das nicht merkwürdig? Das ist Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, wenn die heute zu der Erkenntnis gelangt sind, dass die Migrationspolitik, wie wir sie hier veranstalten, eine Scheißidee ist, wieso ist diese Erleuchtung nicht vor drei oder vier Jahren bereits eingetreten? Das ist meine... Die Frage ist denkbar einfach. Ich habe ein Video gemacht als eine Art Coachkritik, wo ich unserer Seite erklärt habe, wie man mit der anderen Seite redet oder beziehungsweise wie man mit der Seite reden soll oder nicht reden soll. Welche taktischen Sachen man beachten muss, wenn man in solche Gespräche geht. Und in dem Fall hier an der Stelle, dass man sich nicht von euch drängen lässt. Alles klar. Also Meta-Ebene. Wir sind wieder bei der Meta-Ebene. Ich habe eine einfache Frage formuliert und kriege keine Antwort. Die Antwort lautet, ja, man darf sich nicht dann in eine bestimmte Richtung drängen lassen. Also man muss die Frage ignorieren. Also im Grunde genommen gibt er den Leuten recht. Also deswegen ist er offensichtlich auch Bruttfunk-Fan, weil sie ja genau was gemacht haben. ...soll in irgendwelche Themen, die vollkommen lost sind und überhaupt keinen Sinn ergeben, dass man sich so diskutiert, wie ihr das macht, weil ihr keine anderen Themen zulässt. Also ihr reduziert einfach den gesamten Diskursrahmen auf so einen kleinen Bereich und tut, als wäre das das einzig Wichtige. Naja, es ist so wie für dich alles, mit dem Kapitalismus zusammenhängt, auf groteske Art und Weise hängt für uns eine ganze Menge mit der Migrationspolitik zusammen. Es ist für uns ein Thema von erheblicher Wichtigkeit. Und wir belegen immer wieder, wieso es jeder als das wichtigste Thema überhaupt erachten sollte, mit Zahlen, die wir liefern. Das darf man sich nicht einlassen, wenn man mit euch redet. Das war meine Coach-Kritik. Ja, also Meta-Ebene. Wie man so schön dazu sagt. Aber Kaspar hätte gerne eine inhaltliche Kritik gehabt. Richtig. Ja, habe ich dir eh schon gebracht. Und jedes Mal, wenn ich dir eine inhaltliche Kritik bringe, ist ja nicht so, als würdest du hysterisch lachen und so tun, als wäre ich dumm. Zeig mir mal die Momente. Also wenn du dir das hier reinziehen solltest, Erwin, dann zeig mir doch mal wenigstens zwei, drei dieser Momente. Da solltest du ja einige auf Lager haben. Ja, zeig sie mir doch mal. Gut. Das sollte dann auch genug Erwin für heute sein. Ich würde dann halt einen frühen Feierabend eindeuten, Freunde. Wenn nicht noch viel zusammengekommen ist, viel ist es nicht. Feiner Bube, 29. Monat. Vielen, vielen Dank. Bist ein guter. Ich danke dir vielmals. Du ebenfalls. Haben wir noch was bei Streamlabs? Haben wir. Rising Sun für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Denge, 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 wau, 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 wau. Ich danke dir vielmals. Hey Kasper, bin erst vor kurzer Zeit auf deinen Kanal gestoßen und der Hass hat schon voll reingemeldet. Bitte hör niemals auf. PS, dein Idioten-Watch, Hoodie ist mega. Das freut mich, beides sehr zu hören. Ja, vielen, vielen Dank, Rising Sun 90. Wer sich angesprochen fühlt von dem Mega-Idioten-Watch-Hoodie, der möge bitte bei unwoked.de vorbeischauen. Da gibt es Merch und bald auch die Stolzflagge. Dazu noch mal ganz kurz, weil es da wenig, aber es gab ein paar Leute, die das kritisiert haben. Also nicht die Idee an sich, sondern wie das dann am Ende gelaufen ist. Also erstens, ja natürlich war nicht, wie ich gesagt habe, drei mal fünf Zoll gemeint, sondern drei mal fünf Fuß. In etwa 90 Zentimeter mal 1,50 Meter. 90 Zentimeter mal 150 Zentimeter. Das war gemeint. Drei mal fünf Fuß. Sie wird also groß sein, die Flagge. Nicht riesig, aber groß. Und einer hat nicht verstanden, dass wir eine normale Stolzflagge anbieten werden. Der hat gedacht, das, was ich einblende, dieses Special Edition, dass das die einzige ist. Nein, ich habe 400 normale Stolzflaggen bestellt und 100 dieser Special Editions. Ja, also ihr werdet Stolzflaggen bekommen. Wie gesagt, nur 400. Ich konnte das Risiko nicht auf mich nehmen und da jetzt 1000 oder 2000 Stück bestellen. Allein schon, weil wir reden ja schon von Kisten, die benötigen Platz. Ja, eine Flagge kostet, äh Quatsch, nicht kostet, sondern wiegt übrigens 130 Gramm und das hieße, wir reden von 60 Kilogramm? 65 Kilogramm? Die ich jetzt schon bestellt habe? Also, wenn ich da jetzt 100 oder 200 Kilogramm Flaggen bestellt hätte, Freunde, und das dann mit dem Risiko, dass am Ende 80 verkauft werden, sprich, ich bleibe hier quasi auf 200 oder 300 Kilo sitzen. Ja, nee, das ging eher anders. Wieso auf dem letzten Drücker? Weil an dieser ganzen Konzeption waren zu Anfang mehrere Leute beteiligt, ja, darunter auch Leute, die, äh, ein bisschen, ähm, wechselhaft sind, was ihre, äh, Gefühle, äh, betrifft oder ihre Zusagen oder, oder ähnliches. Ähm, zu Anfang hieß es, äh, Person A wird 50.000 Stück bestellen und das wird so billig, an dieser Bestellung können wir dann partizipieren und zahlen dann am Ende pro Flagge 30 Cent, ja. Daraus wurde nichts und das habe ich dann final erfahren, heute vor zwei Wochen oder so. Also wusste ich, heute vor zwei Wochen, alles klar, das Ding ist gelaufen, jetzt müssen wir es dann selber machen, auf dem letzten Drücker, ja. Ja, deshalb muss die Scheiße jetzt in Express gefertigt werden und als Express versendet werden, äh, darum wird es ein bisschen teurer, aber, äh, Freunde, dieser Expressversand und Expressfertigung macht es 20% teurer. Also, sie kostet dann jetzt halt, äh, statt 7,20 Euro 8,30 Euro. Ja, ja, es tut mir leid, aber anders ging es nicht, ja. Nächstes Jahr wird es keine Leute geben, die dann irgendjemand davon mitmachen, wenn die eine Milliarde Flaggen bestellen sollen, äh, für weniger noch als ein Cent. Also, wenn du so viele Flaggen nimmst, dann kriegst du noch Geld oben drauf, dann solltest du das machen, ich will damit nichts zu tun haben, ich werde in Eigenregie nächstes Jahr Flaggen bestellen, sofern ich die Flaggen dieses Jahr loswerden kann, ja. Und, äh, der Gewinn übrigens pro Flagge, äh, der wird sich auf 30 Cent oder sowas belaufen, dafür habe ich die Aufgabe, jede einzelne Flagge zu verpacken, an den Besteller zu adressieren und zu versenden, ja. Ich denke, wenn ich dann am Ende mit 500 Flaggen, wenn ich sie dann alle loswerde, irgendwie 60 Euro verdiene, dann ist das in Ordnung, ja, in anderen Worten, da wird gar kein Geld verdient, zumal ich gar nicht weiß, was der Shop-Betreiber dafür haben will, weil der hat auch einen Aufwand, ja, weil, wie gesagt, angeboten werden sie über den Shop Unwalk.de, äh, er wird mir dann immer zusammenstellen, was für Bestellungen gab es und ich schicke dann einfach nur die Flaggen raus, äh, ich nehme an, auch er wird das nicht umsonst machen wollen, weil das ist halt Arbeit, ne, von daher muss auch der ein Fuffi bekommen oder so, äh, und dann war es das, ja, das ist nichts, womit wir in irgendeiner Form Geld verdienen würden, wenn wir damit Geld verdienen würden, dann würde sie nicht 8,30 Euro oder sowas kosten, sondern 15, ja, dann hätte sich das richtig gelohnt, dann wäre das mal eben 2500 Euro, die ich verdient hätte, so ist das nicht der Fall, ja, das zu der Flaggen-Thematik nochmal, gut, ich refresh hier nochmal, nix bei Streamlabs, aber namenlos 13,12 für 500 Bits, vielen, vielen Dank, EdCasperCast, reagiere mal bitte auf die WDR-Doku von 2006, der Feind im eigenen Haus, wenn aus Kindern, ich glaube Nazis werden, nehme ich an, ist komplett auf YouTube verfügbar, pass auf, ich nehme mal einen Zettel, WDR, wenn aus Kindern, N-A-Z-I-S, wer denn? Und gucke da mal rein, vielen, vielen Dank, dann haben wir noch einen letzten für heute, das ist Fantastic Mr. Bernd Fox, für 500 Bits, vielen, vielen Dank, Kasper du Fresse, ich will deinen Hass zu diesem Artikel hier spüren, und dann ein Link, gibt mir den absoluten Hass, achso, habe ich schon bekommen, also, einmal Bild für euch, Landesregierung darf Vornamen von Tatverdächtigen zurückhalten, da lief irgendwo eine Anfrage, bezüglich der Silvesterkrawalle, nicht in Berlin, nicht in München, ich weiß nicht, das war irgendein kleinerer Ort, vielleicht erfahren wir es hier gleich noch, Niedersachsen, okay, dann war es das Bundesland Niedersachsen, nehme ich jetzt mal an, und die Regierung hat gesagt, nee, die Namen werden wir nicht rausrücken, dann ist, ich glaube, die AfD vor das Gericht gezogen, und das Gericht hat dann heute beurteilt, nein, ja, weil persönliche dies und das und so weiter, deshalb dürfen wir nicht erfahren, wie die Silvester mit Vornamen heißen, ja, was meiner Meinung nach eine schlechte Begründung ist, natürlich will ich das ganz gerne wissen, ja, weil ich genauso, wie übrigens auch Erwin weiß, dass das ein gutes Argument auf unserer Seite würde, wenn wir diese Namen hätten, deswegen finde ich es doof, und ich finde es natürlich doof, weil, was kann ich denn mit einem Vornamen anfangen, also dann weiß ich, da war ein Ali bei, und jetzt, dann weiß ich, da war ein Markus bei, okay, und jetzt, also man könnte sich darauf einigen, bitte alle Vornamen der Tatverdächtigen, abgesehen von solchen, deren Vornamen selten sind, als selten betrachten wir einen Namen, der in Niedersachsen, unter 100 Mal im Melderegister anzutreffen ist, so zack, Problem gelöst, also dann wissen wir, welcher Name da auch immer zutage gefördert wird, es gibt ihn mindestens 100 Mal in Niedersachsen, sprich, ich kann in keiner Weise nachvollziehen, welcher Markus war das denn jetzt, ja, weil es war halt einer von mindestens 100 Markusse, ganz einfach, ja, Puffmutter Teresa, du sagst es, Vornamen könnten die Bevölkerung verunsichern, das ist nämlich der eigentliche Grund, und das wissen wir alle und das weiß auch Erwin, Freunde. Gut, dann sind wir durch, kurzes Nummerchen heute, Freunde, habt doch einen schönen Abend, ich genieße jetzt den frühen Feierabend, meine Kollegen haben die meisten zumindest freigenommen, ich bin morgen einer von wenigen im Büro, aber das wird auch ganz angenehm, da habe ich meine Ruhe, ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Freitag und dann ein schönes Wochenende, gerne Rate anleiten, Rate wird schon eingeleitet, zu Kieran Kermanschahi, schaut da vorbei, und wir hören uns höchstwahrscheinlich am Sonntag in der Honigfarbe, Freunde. Macht's gut.